Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Ganz in der Netanien wurde vom Deadpool und Wolverine-Fieber heimgesucht. Ganz in der Netanien, nein, wir drei tapfere Mitglieder des Tele-Stammtischs konnten uns den Blockbuster vor bereits ansehen und verraten euch in dieser Besprechung mit der notwendigen Distanz, was am Film gelungen ist und wo uns die Marketingmaschine vielleicht ein bisschen veräppelt hat. Keine Sorge, es gibt einen separaten Spoiler-Part. Warum ich diese Einleitung im Asterix-Schema aufgebaut habe und auch vollführe, kommt der Gallier und Obelix etwa in Deadpool und Wolverine vor. Nö, tun sie nicht. Ihr bekommt diese Einleitung eigentlich nur, weil ich drei Minuten vor der Aufnahme noch ein bisschen Langeweile hatte. Mit der Langeweile ist es aber jetzt vorbei. Dafür sorgen nämlich meine werten Kolleginnen, zum einen YouTuberin und Swifty-Fan Melanie. Hallo Melanie. Und mir wurde mal gesagt, man könnte auch ohne die Comic-Künstlerin und Autoren Schlogger podcasten, aber mal ehrlich, wer will das denn bitte? Hallo Schlogger. Hallo, ich glaube, du willst das gleich, denn Swifty-Fan, da kriege ich ja schon, da rollen sich mir als überhaupt kein Swifty die Zehennägel hoch, denn du bist natürlich entweder ein Taylor-Swift-Fan oder ein Swifty, aber doch kein Swifty-Fan, Stu. Stimmt. Ja, ich bin über 40, ich verstehe das alles doch gar nicht mehr. Kinder, Kinder, ich gebe mir hier doch, ich versuche das mal möglich. Ja, okay, Entschuldigung, aber dafür haben wir ja den Jungspund heute dabei, um uns das alles zu klären, wobei ich muss auch ganz kurz sagen, auch eine meiner guten Freundin ist auch ein Swifty und die ist so alt wie ich, also es ist keine Altersfrage. Ist sie morgen auch da? War sie heute da? Die war in London schon und sie ist morgen dann in Hamburg nochmal. Ich auch. Ja, man muss nämlich sagen, wir haben nämlich wirklich einen Zeitdruck, denn die Melanie fährt nämlich wirklich jetzt nach Hamburg zu Taylor Swift, hat aber sich die Zeit genommen, um noch den Deadpool und Wolverine zu gucken. Und zwar mit mir, wir waren zusammen im Kino. Das war mal wieder, das war wieder richtig spaßig. Ihr Lieben, kommen wir mal zum Wesentlichen, nämlich zu unserer Besprechung zu Deadpool und Wolverine und uns ist bewusst, dass es einer der größten Filmstarts dieses Jahres ist und uns ist bewusst, dass die einen alles wissen wollen und ganz viele wollen aber kaum etwas wissen und wir haben es jetzt so gehandhabt, wir werden in der ersten Phase dieses Podcasts, werden wir über den Film reden und zwar wirklich spoilerfrei. Weil wir werden auch Sachen auslassen, die vielleicht im Trailer, im finalen Trailer verraten wurden, weil wir einfach sagen, vielleicht gibt es ja Leute, die diesen Film mit 0% Vorwissen einfach genießen wollen, das ist ja gutes Recht. Das heißt, die erste Phase ist spoilerfrei, dann machen wir ein spoilerfreies Fazit und danach spoilern wir euch aber sowas von die Hucke voll, da werdet ihr mal sehen, da wird euch schwindelig werden, das kann ich euch versprechen. Bevor wir jetzt aber spoilern, müssen wir vorab noch so ein paar Fragen klären. Die wichtigste Frage gleich am Anfang, Melanie, warst du heute noch beim Sport? Ja, ich habe Rücken trainiert. Das lobe ich mir. Ja, es sei kurz erklärt, Melanie war, wie gesagt, mit mir zusammen im Kino und wollte nach Hause fahren und Sport machen, sie hat sich in der Bäckerei auch ein Stück Kuchen noch geholt, das muss abstiniert werden und ich bin sehr stolz, das hast du es euch gezogen hast, mein Lieber. Ja, ich bin auch sehr stolz, super. Ja. Damit haben wir die Hauptfrage erledigt, jetzt können wir zu diesen Nebenprodukten kommen von Fragen und meine erste Frage an euch ist, wie steht ihr eigentlich zu Deadpool? Deadpool, schlocker, fang du mal an. Finde ich gut. Ich bin ja hier kurz und knapp. Wunderbar. Genau. Da will jemand ins Bett, habe ich das Gefühl. Melanie, wie ist es bei dir? Ich habe Deadpool damals nie im Kino geguckt, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe die dann irgendwann nochmal nachgeguckt, ich glaube, wo es den ersten Mal auf Netflix gab oder so und ich dachte irgendwie immer, dass mir das nicht gefallen würde, wegen dem Humor, weil man muss ja sagen, dass Deadpool irgendwie so einen sehr speziellen Humor hat und dann habe ich mir die Firma angeguckt und dann mochte ich die wirklich eigentlich echt gerne. Also ich finde die einfach super, super spaßig, super unterhaltsam. Ich mag total, dass man immer wieder versucht, so die vierte Wand zu durchbrechen und wie gesagt, also der Humor, der trifft in den meisten Fällen manchmal nicht immer bei mir, aber es ist auf jeden Fall immer ultra witzig. Ja, ich habe die beiden im Kino gesehen und ich finde auch, dass die Entstehungsgeschichte dieser Film halt hochgradig interessant ist, weil wir erinnern uns vielleicht, dass Ryan Reynolds ja Wade Wilson aka Deadpool in diesem zweiten Wolverine Solo Film gespielt hat. Allerdings da eine, ich nenne es mal, leicht abgeernte Fassung der Originalfigur, die weder bei Fans noch bei Publikum gut ankam und er sich ja selbst dafür stark gemacht hat, dass dann doch noch der Deadpool, so wie wir ihn kennen, auf die Kinoleinwand kommt. Und ich finde es ganz interessant, vor allem, wenn man sich den ersten Teil anguckt, den habe ich jetzt am Wochenende nochmal so kurz reingeguckt, wie vergleichsweise klein der ist. Und wenn man mal ehrlich ist, der erste Deadpool spielt ja auch gefühlt zu 50% irgendwie auf einer Autobahnbrücke, aber ich weiß noch, dass das wirklich einen Impact hatte, gerade auch der zweite Teil, wo sie dann auch gerade, was die Geschichte angeht, ein bisschen mehr geboten haben. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, ich bin ein totaler Deadpool-Fan, weil es auch Sachen an dieser Reihe gibt, die finde ich nicht so überzeugend, aber ich würde jetzt auch lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich diese Filme gesehen hätte und sie hätten mir, als ich geguckt habe, keinen Spaß gemacht. Also das muss ich dir der Reihe allgemein zugestehen. Und dass jetzt Deadpool mit Deadpool und Wolverine offiziell auch ins MCU gehört, finde ich nicht unspannend, weil, ich weiß nicht, wie ihr es seht, ich finde, das MCU hat jetzt in den letzten paar, eins, zwei Jahren oder, sagen wir mal, vier, fünf Filmen nicht gerade Premium-Ware abgeliefert. Oder schlocker, siehst du das anders? Nee, und da kommen wir dann jetzt oder in dem Spoiler-Teil auch auf einen großen Pluspunkt des Films dann zu, was ihn auch von dem ersten so ein bisschen abgrenzt. Im ersten hatten wir den runden Deadpool, den ich persönlich auch immer noch am besten finde, weil er eben ein kleiner, runder Deadpool-Film ist, der eben der erste ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt, weil wir über den dritten sprechen, den dritten schlechter finde. Da werden wir drauf, oder dass es ein schlechter Film ist, das werde ich noch sagen. Aber zwischen eins und zwei kann ich mich ganz klar für den ersten entscheiden. Ich weiß, das sehen manche anders, weil der erste eben der erste war. Und eben, ich mag es, wenn Filme so eine kleine, runde Geschichte erzählen. Und was du jetzt meinst mit dem MCU, auf jeden Fall sind die gerade, das wird auch niemand anders sehen, die haben einfach so unendlich viel rausgehauen. Das ist auch qualitativ nicht mehr so hoch. Die Multiversen sind so ein bisschen ausgelutscht. Es werden keine neuen Geschichten erzählt. Man bricht manchmal mit der Vokeness sich so ein bisschen zu viel und biedert sich zu sehr an. Und Thema Anbietern, auch hier kann man eben taktisch klüger machen und man kann es taktisch schlecht machen. Aber zu deiner Frage, ob das MCU gerade nicht so gut läuft, ja, da kann ich wieder, wenn ich es kurz beantwortet hätte, ein ganz klares Ja dazu sagen. Melanie, du kannst jetzt gerne eine mittellange Antwort darauf geben. Also, wenn ich einfach auf meinen Kanal gucke und ich gucke mir die letzten Reviews von Marvel-Projekten an, dann finde ich da richtig schnell eine Antwort. Und zwar, dass es wirklich nicht so gut war. Außer, und das möchte ich jetzt mal als eine Ausnahme ausklammern, Loki. Ich finde, Loki funktioniert immer noch richtig, richtig gut als eine Marvel-Serie und ist meiner Meinung nach auch wirklich die beste Marvel-Serie. Und ist für diesen Film eigentlich gar nicht mal so unrelevant. Ja, da vielleicht eingehakt, ich habe die erste Staffel Loki gesehen, aber die zweite dann nicht mehr, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und diese Time Variant Agency, heißt die so, diese Zeitbehörde, die kommt ja auch jetzt in Deadpool und Wolverine vor, ist auch für die Handlung sehr wichtig. Aber ich muss sagen, obwohl ich die zweite Staffel nicht gesehen habe, hatte ich wirklich nie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht verstehe. Obwohl ich, wie gesagt, in der Marvel-Welt gerade bei diesen Disney-Plus-Serien wirklich nicht investiert bin. Ging es euch da eh nicht oder hattet ihr vielleicht auch, oder hattet ihr vielleicht doch so Momente, wo ihr dachtet, so, boah, ganz ehrlich, ich verstehe gerade was nicht. Und hatte das Gefühl, wenn ich die und die Serie gesehen hätte, wüsste ich mehr? Ich glaube, wie ist es bei dir? Also ich habe Loki auch die erste Staffel gesehen und war da schon auch. Also ich habe schon, ich sehe schon den Appeal, den du jetzt Melli hier rausstellst, aber ich war auch da schon ein bisschen übersättigt. Das ist mir einfach zu viel. Du hast dann die Multiversen und dann brauchst du noch ein Multiversen auf dem Multiversum und noch eine Agency, die die Multiversen überwacht und blablabla. Also das Design war cool, hat mir gefallen, aber auch da, also ich fand WandaVision war für mich die beste Serie, weil die wirklich kreativ waren. Da hast du ja jede Folge so aus einer eigenen Ära in dem Stil und das haben sie ja auch schön verkackt mit Doctor Strange 2 dann, weil sie den Charakter von Wonderful an die Wand gehauen haben. Aber darüber soll es jetzt hier nicht gehen. Zu Stoos Frage, ich habe auch alles verstanden, entweder weil der Film es mir einfach so inszeniert hatte, dass ich hinterherkam oder weil Deadpool mit seiner Klappe mal kurz die vierte Mauer durchbrochen hat und erklärt hat, ah, das ist doch aus diesem und jenem. Ähm, ich glaube aber auch, dass gar nicht, ich glaube sogar, dass gar nichts aus der zweiten Staffel von Loki vorkam. Ich glaube, der Film hat sich tatsächlich nur auf die erste Staffel bezogen. Das Gefühl hatte ich auch. Aber würdet ihr sagen, es funktioniert auch, wenn man Loki gar nicht gesehen hat? Also ich würde so weit gehen und sage, du kannst mit Deadpool und Wolverine auch Spaß haben, wenn du außer Deadpool nichts gesehen hast. Natürlich gibt es ein paar, einige oder die meisten Referenzen verstehst du dann nicht, aber ich glaube, dass der Film trotz allem als kurzweilige, überdrehte Actionkomödie auch so funktioniert. Natürlich, wenn du halt ein paar Sachen wirklich verstehen willst, dann musst du einfach ein paar X-Men-Filme gesehen haben, gerade halt diese Wolverine-Sachen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn du einfach nur zwei Stunden lang blutige, abgefahrene, übertriebene, ironische Action sehen willst mit ein paar dummen Sprüchen und du aber keine Zeit oder keine Lust hast, dich durch X-Men und was weiß ich zu kämpfen, dürfte Deadpool und Wolverine trotz allem mit ein paar Abstrichen meiner Meinung nach dennoch ganz gut funktionieren. Das finde ich auch. Und ich hatte ja zum Beispiel jetzt den Fall, da habe ich dich ja noch nach der PV ein bisschen darauf angesprochen. Ich kannte ja manche Figuren nicht, die eventuell vorkommen. Ich sage jetzt natürlich nicht wer. Weil die auch halt so, darf ich das schon sagen, dass die in sehr früheren Filmen vorkamen? Also man kann schon sagen, es gibt ein paar Gastauftritte von Figuren halt aus, wie du schon gesagt hast, früheren Filmen. Welche das jetzt sind und wie groß und wichtig die sind, das werden wir dann im Spoiler-Park ausklamieren. Also das wusste ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel alle X-Men-Filme geguckt und ich liebe die auch richtig gerne. Aber ich kannte zum Beispiel jetzt nicht wirklich alle, alle Marvel-Projekte, die es noch drumherum gab. Oder eher Fox, ne? Das war ja damals Fox, ja. Ich habe auch kurz überlegt, ob man Logan gesehen haben muss, der ja schon wichtig ist. Aber ich glaube, der Film, also jetzt hier Deadpool und Wolverine, erklärt ja auch den Film, falls du nicht mal den gesehen hast. Ja. Und was ich da auch noch sagen kann, auch spoilerfrei, es wurde im Vorfeld ja so ein bisschen, ja so ein bisschen, es gab ein bisschen Angst von Fans von Logan und Wolverine, dass jetzt Deadpool und Wolverine den letzten Logan-Film halt wirklich so ein bisschen, ja quasi nichtig machen. Und da muss ich sagen, da haben sie einen guten Weg gefunden. Also ihr habt keine Angst, Logan und Wolverine hat weiterhin Bestand und auf den Film wird eingegangen, das kann man natürlich verraten. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt nach Deadpool und Wolverine alles, was bei Logan und Wolverine passiert ist, wirklich nichtig ist. Das kann gesagt werden. Und eine Sache, ich merke gerade, ich stolper die ganze Zeit. Seid mir nicht böse, es wurde vom Regisseur mehrfach gesagt, dass Deadpool und Wolverine nicht der dritte Deadpool-Teil ist. Aber Deadpool 3 zu sagen ist wesentlich angenehmer, als ich kriege die ganze Zeit Deadpool und Wolverine. Deswegen sage ich, ihr habt jetzt Deadpool 3. Wieso soll es nicht der dritte sein? Ich habe keine Ahnung, aber anscheinend hat ja der Regisseur gesagt, dass Deadpool und Wolverine nicht der offiziell dritte Teil ist, sondern einfach so eine Art Crossover-Film wurde anscheinend. Hm, so fühlt es sich nicht an. Vielleicht hat es auch wieder zurückgenommen, ich weiß es nicht. Man kann es schon als Crossover verstehen, aber man sieht auch ganz eindeutig, warum es nur der dritte Teil eines Deadpool-Franchises sein könnte. Wir können ja über ganz wenig nur sprechen, oder hast du es schon vorbereitet, du ohne hier zu spoilern? Ja, wir haben ja noch ein paar Sachen, über die wir jetzt reden müssen. Das ist jetzt hier auch ein großer Podcast, meine Liebe. Wenn du jetzt glaubst, dass du noch 20 Minuten hier Feierabend machen kannst, hast du dich verwickelt. Sorry. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Also, wir müssen auch noch mal ganz kurz reden über zwei Darsteller, die überraschenderweise die Hauptrollen spielen, nämlich Ryan Reynolds und Hugh Jackman. Ich finde, beide sind sehr, sehr an ihre Rollen drangepappt. Reynolds deutlich mehr als Jackman, weil Jackman ja wirklich auch noch Rollen spielt abseits von Wolverine. Bei Reynolds ist es aber hingegen so, was mich halt wirklich nervt, ist, dass 80 Prozent aller Rollen, die er spielt, quasi Deadpool sind. Halt einmal mit Maske und halt einmal ohne. Und ich finde es sehr schade, weil ich finde, das ist ein sehr talentierter Schauspiel. Das hat er mehrfach bewiesen mit Filmen wie Buried oder Mississippi Grind. Ich muss aber sagen, es hat mich die letzten Jahre, auch wenn er irgendwie eine Pause gemacht hat, ziemlich genervt. Ich fand nicht alles von ihm schlecht. Also, ich mochte das Adam Project zum Beispiel ganz gerne. Muss aber sagen, es nervt mich halt immer noch so ein bisschen. Aber, wenn er Deadpool spielt in einem Deadpool-Film, da geht's. Aber findet ihr nicht auch, dass Ryan Reynolds in den letzten Jahren eigentlich immer nur dieselbe Rolle gespielt hat? Schlager, was sagst du? Also, ich kenne Ryan Reynolds ja schon länger. Er und ich, wir sind ja hier, wir sind schon voll gute Freunde. Nee, aber ich hatte den, ich hatte das Gefühl, dass ich den schon so lange in der Filmlandschaft kenne, dass er sich da vertiefen konnte, bevor er Deadpool wurde. Und wenn du jetzt zum Beispiel The Voices anguckst oder R.I.P.D., die sind ja auch fast schon Deadpool-ig. Okay, jetzt widerspreche ich mir selber, also bevor er Deadpool wurde. Aber jetzt hier bei, was du schon angesprochen hattest, Buried zum Beispiel. Oder er hat ja in ganz vielen Komödien mitgespielt. Also, so Liebeskomödien, wo er noch relativ sanft gespielt hat. Hier zum Beispiel vielleicht, vielleicht auch nicht. Oder auch Selbst ist die Braut. Und irgendwie hatte ich ihn dann so in mir drin, dass der Deadpool, Ryan Reynolds da als Add-on obendrauf kam. Ich weiß schon, was du meinst, dass man so das Gefühl hat, dass in den anderen Filmen, die er dann spielt. Also zum Beispiel, oder Live, da spielt er ja auch keinen Deadpool und der war nach. Also da spielt er keine Deadpool-artige Rolle, obwohl die nach Deadpool war. Da ist er heute auch nicht sehr groß. Ja, okay. Free Guy ist halt so ein bisschen in die Deadpool-Richtung vom Meta-Humor her. Auf Free Guy fand ich ganz furchtbar. Ich mochte den. Ich fand den auch okay. Aber ich glaube, ich stimme dir nicht zu, Stu. Ich habe das Gefühl, dass er hat seine komödianische Seite viel auslebt, aber er kann auch andere Sachen zeigen. Ja, du, das bezweifle ich ja gar nicht. Aber ich finde halt, wie gesagt, seitdem er mit Deadpool diesen Erfolg hat, habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen gefangen ist. Seit 2016 ist das der Fall. Aber Melanie, wie stehst du zu Ryan Reynolds? Und warum gibst du mir recht? Ich glaube, ich gebe dir sogar Halt. Melanie, nein. Sorry. Ich glaube, ich gebe dir sogar Halbrecht. Aber das Problem ist, dass ich gar nicht so viele Filme von Ryan Reynolds kenne und vor allem nicht diese ganzen früheren Filme von ihm kenne. Weil du einfach jung bist. Action-Rion Reynolds. Ja. Es gibt den Komödien, romantische Komödien, den Action-Rion Reynolds und dann, was du so behauptet, den Deadpool-Rion Reynolds. Ich kenne ihn zum Beispiel, glaube ich, gar nicht so in Liebesfilmen. Das wäre auch mal irgendwie mal richtig interessant, mir das anzuschauen. Ich kenne ihn halt wirklich überwiegend in seiner Deadpool-Rolle. Und jetzt wie halt gesagt, ich wollte irgendwie zu Free Guy Fall Guy sagen. Gut, dass du gesagt hast, dass es Free Guy heißt. Du, das geht mir andauernd so. Ich habe bei Fall Guy immer Free Guy gesagt. Ja, das ist viel zu ihm nicht, der Titel. Aber auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall da, bei der Rolle, erinnert es mich auch schon ein bisschen an Deadpool. Ich finde, man merkt einfach immer, dass er sehr, ich weiß es natürlich nicht, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe immer das Gefühl, dass er sehr viel von seinem eigenen Charakter in manchen Rollen immer einfließen lässt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du meint. Weil ich glaube, auf eine Weise ist das so ein bisschen auch seine eigene Art von Humor. Es ist ein Markenzeichen auch, würde ich sagen. Genauso wie, was ich damals, Bud Spencer, so den Dampfhammerschlag als sein Markenzeichen hatte, ist halt dieses überironische und gerne auch so mit der vierten Wand spielen halt ganz klar das Markenzeichen von Ryan, jetzt wollte ich schon Gosling sagen, Gott, Ryan Reynolds. Jetzt werfen wir die Ryans hier durcheinander. Aber das ist ja auch zum Vorteil, also das macht ja auch einen großen Reiz von Deadpool aus, dass du weißt, dass Ryan Reynolds diese Rolle spielen wollte. Das ist wie mit hier Henry Cavill und The Witcher, dass du halt weißt, der ist selbst ein Zocker und steht halt, das ist für ihn ein Herzblutprojekt. Und ich finde, das spürst du bei den Deadpool-Filmen. Ja. Und das spüre ich auch, als kleine Überleitung, du kannst dich auch gleich wieder zurücknehmen, die Überleitung, das spüre ich auch bei Huge Jackman. Huge, you, Jackman. Ja, also Hugh Jackman ist auch toll als Wolverine, ich hab den auch schon immer wirklich geliebt als Wolverine seit dem ersten X-Men-Teil, war auch sehr zufrieden mit dem Ende seiner, also jetzt mal Vorabende mit Logan und Wolverine, den ich auch wirklich sehr, sehr empfehlenswert und sehr sehenswert erachte. Ähm, nur ist es halt so, um noch drauf zurückzukommen, ich finde halt Hugh Jackman, äh, der deckt eine größere darstellerische Bandbreite ab. Und bei Ryan Reynolds ist es seitdem er mit Deadpool erfolgreich war und ich gönne ihm das ja auch und wie gesagt, wenn er Deadpool spielt, der macht das super, der passt da wie Arsch auf Eimer. Aber nach Deadpool hat er für mich einfach zu sehr diese Deadpool-Formel verfolgt. Also ob es jetzt Red Notice war, ob es The Adam Project war, ob es Freak Guy war, ähm, das war mir dann irgendwann zu viel, da fehlte mir einfach, mir persönlich die Abwechslung, aber, ähm. Was ist mit Pokémon? Meister Detektiv Pikachu. Du kannst mich mal. Ähm, 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 den ich, oder das, das, das sollte gesagt sein, ich dachte, dieser Film wird für mich die reinste Tortur, aber ich fand den nur langweilig, nicht schlimm. Das sollte gesagt sein. Und auch da finde ich, dass man sehr deutlich merkt, dass wie er Pikachu spricht, das ist sehr Deadpool-mäßig, aber halt für Kinder, das sei gesagt. So. Und, äh, ja, ähm, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat, jetzt hat mich selbst rausgebracht. Hugh Jackman waren wir. Scheiß. Dankeschön, Melanie, Hugh Jackman, ein Traum oder ein Albtraum für dich? Für mich? Achso. Ja. Ich oute mich hier als kleiner Fan. Ich mag den so gerne. Ich weiß nicht, ich, ich, ich finde, ich finde den einfach, ich meine, ich kenne ihn auch nicht persönlich, ne, das ist jetzt so eine sehr, Das lässt du dich jedes Mal sagen. Das ist irgendwie klar. Ähm, aber ich finde ihn einfach irgendwie ultra sympathisch. Ich finde, der spielt auch immer mit, auch sehr, sehr viel Herzblut. Ich finde, der steckt auch irgendwie immer sehr viel Leidenschaft in seine Rollen rein. Zumindest so in einigen Filmen, die ich jetzt mal kann mit ihm finde. Natürlich, natürlich einmal Logan, also seine Rolle als Logan oder Wolverine. Ähm, wie gesagt, ich bin schon ein großer Fan von X-Men. Das war damals, äh, ja, das waren eigentlich meine ersten Superheldenfilme. Ich habe gar nicht mit so dem MCU angefangen, sondern mit X-Men. Und habe da irgendwie das Genre so lieben gelernt. Deshalb ist das für mich irgendwie auch eigentlich immer sehr besonders. Ich mag ja auch Hugh Jackman total, ähm, wenn er halt singt. Weil ich bin ja auch so ein kleiner Musical-Fan. Und da liebe ich halt total auch die Rollen, die er da spielt. Zum Beispiel jetzt eben auch Greatest Showman. Ähm, boah, ich habe diesen Soundtrack so, ich habe den wirklich, ich hatte eine Phase, da habe ich ihn drei Monate am Stück nur gehört. Und seitdem kann ich ihn noch nicht mehr so gut hören. Ryan Reynolds kann auch gut singen. Ist das so? Ja, ich habe von dem Video gesehen mit Will Ferrell zusammen. Also die, die können, und Männer, die singen können, sind ja auch ziemlich sexy. Deswegen mag ich Hugh Jackman auch singen. Ach, das wusste ich gar nicht. Obwohl ich Greatest Showman, den musste ich leider abbrechen, weil ich den so schrecklich fand. Ja, der ist halt so ein bisschen sehr, ähm, Klischee. Ja, und sehr eindeutig, so in seinen Messages, keine Ahnung. Ja, aber auf jeden Fall große Liebe. Ach, das stört mich nicht. Punkt. Ja, verstehe. Ich glaube, das kann man verraten, dass, glaube ich, auch einmal im Film auch was von der Greatest Showman angestimmt wird. War viel zu kurz, aber. Viel zu kurz. Nee, das war genau richtig. Das habe ich gar nicht gesehen. Das war auch wirklich, das waren drei Sekunden. Aber da müssen wir im Spoiler-Teil drüber reden. Das waren drei Sekunden, wirklich. Oh nein, ich habe es gar nicht mitbekommen. Okay, das müsst ihr mir dann unbedingt noch sagen. Ich habe es auch nur gemerkt, weil neben mir eine gewisse Person kurz, äh, gemacht hat. Still. Praktisch. Ja, bist du, bevor du uns sagen kannst, wie du zu Hugh Jackman stehst, also ich finde den auch toll. Ich finde den auch als Wolverine toll. Ich mochte Logan gerne. Ich mag The Prestige, da mochte ich ihn wahnsinnig gerne. Den muss ich nicht sehen. Und, äh, es gibt auch Filme mit ihm, die ich nicht mag, ganz klar. Also hier Australia zum Beispiel, das ist mir, irgendwie war der mir auch zu glatt poliert. Aber er wirkt wie so ein grundsolider Typ. Auch wenn man immer hört, wie er und seine Frau, sie sind so süß zusammen, wie ich dann leider jetzt, äh, durch Deadpool um die Ecke erfahren habe, dass sie sich 2023 getrennt haben. Schande. Aber trotzdem bin ich auch, äh, ein huge Hugh Jackman, ein huge Hugh Jackman-Fan. Und du bist du? Äh, ja, ich, äh, find den auch toll. Also Hugh Jackman, äh, ich mag ihn wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich hab The Greatest Stormman auch nicht zu Ende geguckt, äh, vermutlich aus denselben Gründen wie du. Aber ich kann ihm nicht nehmen, dass er da wirklich mit Eifer und Feuer bei der Sache ist. Aber ist nicht meins. Was dann mehr meine Sache ist, ist dann doch eher sowas wie halt die Deadpool-Filme. Und ich hab es ja schon zu Beginn gesagt, unseres bereits jetzt sehr langen Podcastes, ähm, dass dieser Titel vermutlich einer der erfolgreichsten Blockbuster des Jahres wird. Das R-Rating hier in Deutschland hat der FSK 16, kann ihm natürlich wirtschaftlich ein bisschen ein Bein stellen. Nichtsdestotrotz, die ersten Prognosen sehen sehr, sehr gut aus. Also wir haben hier auf jeden Fall jetzt schon einen Erfolgsfilm an der Angel. Ähm, aber wie ist denn mit unseren Erwartungen? Wir haben schon gesagt, wir mögen die Deadpool-Filme. Aber mit welchen Erwartungen genau sind wir denn heute in die Presseführung gegangen? Melanie, als du dich hingesetzt hast und der Saal wurde dunkel, was waren deine exakten Erwartungen oder hattest du vielleicht sogar Befürchtungen? Komm, Taylor's wurscht. Nein. Warum frage ich auch, ne? Nein. Das ist ein Witz. So. Okay. Ich wollte nicht, dass sie kommt. So. Also. Okay. Ähm, nee, ich war einfach super gespannt, weil ich mich einfach auch ultra krass drauf gefreut habe, Hugh Jackman wiederzusehen als Wolverine. Muss ich schon sagen. Und deshalb war ich, also ich war einfach sehr gespannt, wie genau, ähm, sie das Ganze lösen werden, wie genau jetzt Wolverine auch in die Handlung eingebaut wird und wie so das Zusammenspiel einfach zwischen den beiden sein wird. Also eigentlich hatte ich, also eigentlich waren die Erwartungen doch schon hoch. Also ich hatte jetzt nicht so bewusste Erwartungen, sage ich mal so, dass ich jetzt aktiv darüber nachgedacht habe. Aber ich glaube in meinem Inneren hatte ich auf jeden Fall doch schon eine hohe Erwartungshaltung. Schluggi. Ich habe dadurch, dass ich Deadpool 2 dann als gar nicht mehr so gut abgespeichert hatte, ging es. Aber ich hatte trotzdem einfach Bock, weil ich wusste, das ist ein Film, der wird mir Spaß machen, auch wenn er vielleicht vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Aber ich wusste, das ist ein Film, der braucht es auch nicht. Und deswegen hatte ich Bock auf ihn. Ich hatte auch Bock, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe am Abend davor echt nicht gut oder sehr, sehr wenig geschlafen und kam dementsprechend mit einer gewissen Laune zum Kino. Auch Melanie war irgendwie nicht so gut, laune ich das Gefühl, dank der deutschen Bahn. Also waren wir auf so einem Level. Aber meine Erwartungen waren schon, ich sehe jetzt zwei Stunden lang einen Film an, der mich vielleicht nicht komplett umhaut, aber der mich wahrscheinlich zwei Stunden lang dann noch bespaßt und jetzt können wir, glaube ich, mal wirklich über den Film reden und zwar, wie gesagt, spoilerfrei. Bevor wir das aber tun, hat die Melanie von sich aus gesagt, Leute, die Story, die Synopsis, das mache heute ich. Und deswegen, Melanie, bitte, the stage is yours. Worum geht es in Deadpool und Wolverine? Also ich habe es recht simpel gehalten. Nach den Geschwindissen der ersten beiden Deadpool-Filme führt Wade Wilson ein gewöhnliches ziviles Leben und verkauft Autos. Doch Wade möchte seine besonderen Fähigkeiten eigentlich für etwas viel Größeres nutzen. Genau wie die Avengers. Er ahnt nicht, dass bereits bald eine Gelegenheit auf ihn wartet, bei welcher er versuchen muss, seine ganze Welt vor der Auslöschung zu retten. Und, dass er dafür ausgerechnet die Hilfe von Wolverine braucht. Wunderbar, vielen Dank. Also es war recht vage. Ja, ja. Wie gesagt, also wir werden ein paar Sachen jetzt hier auch ansprechen, die ihr vielleicht für zu spoilerisch erachtet, aber glaubt mir, die ganz, ganz großen Sachen, alles über Spoilerstufe 1,5, sparen wir hier aus. Versprochen. Ja, das war es jetzt also, die Handlung. Kurze Frage. Es klingt jetzt blöd, aber Melanie, ganz ehrlich, braucht Deadpool und Wolverine eigentlich eine Handlung? Oder anders gesagt, als du aus dem Kino gekommen bist und nach Hause gefahren bist zum Sport und nach dem Sport dann irgendwie in dein Auto gestiegen bist, hast du dann dir gedacht so, ach ja, die Geschichte von Deadpool und Wolverine, das war sehr interessant oder hast du dann mehr gedacht so, ach, das war ein witziger Film? Also das Ding ist, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und den Film genau dafür kritisieren, dass er eigentlich wirklich nicht viel Handlung hat. Und ich finde auch, dass die ersten beiden, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es bei dem zweiten jetzt zu hundertprozentig war, aber jetzt, das meinte ja auch Schlauer gerade bei dem ersten, da hattest du mehr das, also ich finde, da hatte ich mehr das Gefühl, dass ich eine rundere Geschichte hatte und auch mehr einen Plot hatte. Und hier finde ich, habe ich, also ich saß manchmal im Kino und dachte so, okay, es passiert hier gerade sehr lange etwas, was eigentlich mehr so für die Zuschauer ist oder für den Spaß ist oder halt einfach eben nochmal eine coole Actionszene einfach, weil warum nicht so. Und das ist halt relativ viel in diesem Film passiert, dass man halt solche Elemente hatte und ganz oft ist eigentlich gar nicht viel passiert. Und ja, jetzt sitze ich im Endeffekt hier und fand den Film aber trotzdem absolut unterhaltsam. Deshalb. Ich würde es vielleicht so beschreiben, die Geschichte, die dieser Film erzählt, die ist praktikabel, die ist zweckmäßig. Die dient einfach nur dafür, dass halt eben die beiden Titelhelden aufeinandertreffen und halt gegen irgendwas Böses kämpfen und dabei halt Schabernack erleben und machen. Ich bin dem Film, Gott bewahre, nicht böse, dass ich die Geschichte wirklich sehr, sehr dünn finde. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch war, ich saß auch teilweise im Kino und hatte kurz zur Frage, warum machen die das? Ist mir egal. Ja. Schlocker, wie war es bei dir? Ja, also ich finde, die Geschichte ist schon okay für, also sie ist auch logisch in sich und wie groß dann eine Geschichte sein muss, das kann man sich ja auch fragen, kann man ja bei Fury Road auch ansprechen. Okay, sie fahren halt einmal dahin und dann fahren sie wieder zurück. So könnte man die Geschichte ja runterbrechen. Bei Deadpool ist da schon ein bisschen mehr Fleisch dran, aber es ist eigentlich im Grunde schon das, was du sagst, du brauchst halt irgendein Vehikel, um diese zwei Titelfiguren zusammenzubringen, um sie Dinge erleben zu lassen. Das finde ich jetzt bei dem Film auch überhaupt nicht kritisierenswürdig. Also war für mich, ich fand die Story schon okay und dieser Punkt, wie viel dann einfach nur passiert, weil der Zuschauer es möchte, da passiert sehr viel, weil der Zuschauer es nur möchte. Und wie schlimm man das findet, das hat glaube ich einen großen Anteil auch, wie man diesen Film dann aufnimmt, weil man, also es ist einfach, es ist Fanservice der Film so ein bisschen. Das Ding ist aber, es ist halt eigentlich absolut zu erwarten, ne? Also man guckt's in den Trailern, man sieht's, man sieht's schon da und eigentlich, es sollte sich jetzt, es sollte jetzt niemanden groß überraschen. Hm, ja. Also das sehe ich auch so, also wer in Deadpool 3 jetzt geht und vielleicht die Vorgänger sogar gesehen hat und dann glaubt, er sieht jetzt etwas, was sich wirklich besonders jetzt von den Vorgängern unterscheidet. Nee, ist es nicht. Es ist halt ein Deadpool-Film und das ist, da gibt's auch keine Experimente. Man muss auch ganz klar sagen, ich, also natürlich gibt's andauernd so ironische Spitzen gegen Fox, gegen Disney, die auch manchmal wirklich das R-Rating auch wirklich ausreizen, wie ich finde. Aber man darf wirklich nicht vergessen, das ist ein Kalkül, das ist alles kalkuliert. Nichts an diesem Film ist wirklich anarchistisch oder rebellisch, ja? Das ist okay. Das ist einfach auch ein Geschäft, was die hier abliefern. Das macht Spaß, aber man sollte halt wirklich, finde ich zumindest, niemals den Fehler begehen und wirklich glauben, dass das nicht kalkuliert ist, was wir hier sehen. Oder siehst du was anders, Melanie? Ja, ich würde sagen, das sehe ich tatsächlich auch so. Also im Prinzip fährt da ja auch eigentlich eine ähnliche Schiene wie jetzt in den ersten beiden Filmen, nur die Spitzen sind halt jetzt eindeutiger, aber ich glaube, auf eine Weise ist es auch dazu da, dass man halt wieder, ja, wie nennt man das, dass man vielleicht auch wieder so ein paar, dass man wieder seinen Ruf auch nicht seinen Ruf gerade rückt. Also jetzt Disneys Ruf oder Fox Ruf, sondern dass man vielleicht auch weiß, dass es gut ankommen wird bei den Zuschauern, so. Sie sind ja auch wirklich selbstkritisch. Ich meine, die sagen ja, glaube ich, mehr als einmal auch, dass sie selbst jetzt Kraft haben, dass sie mit dem MCU gerade nicht wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Also das ist ja auch, das ist natürlich, wie heißt es schon, ein tiefhängender Apfel, den sie da pflücken, aber es macht ja durchaus auch Sinn, dass sie das machen. Aber Schlogger, wie stehst du dazu? Also ich habe meine Comicquelle hier angezapft, was der so von dem Film erwartet, der hat ihn noch nicht gesehen, aber ich wollte ihn eben fragen, was er so erwartet davon. Und der hat eben auch kritisiert, dass Deadpool ja eigentlich jetzt so ist, wie er nie sein wollte, also ein Vehikel für Konsum und dass man aber den Kino-Deadpool hier eben als Funny-Deadpool nehmen sollte und nicht als Anarchie-Deadpool, wie er eigentlich in den Comics ist. Das hattest du auch kurz gesagt, Stu. Und dass es eigentlich traurig ist, dass man Hugh Jackman reaktivieren muss, um die X-Men hier in so einen Kinofilm einzuführen. Aber im Prinzip, ich sehe keinen großen tonalen Unterschied zu den ersten beiden, obwohl die noch nicht so groß waren. Ich muss auch zugeben, ich habe die ersten beiden nicht nochmal gesehen. Ich habe sie damals im Kino gesehen und wollte sie für den dritten jetzt, ich sag jetzt einfach der dritte Deadpool, nicht nochmal sehen, weil ich mir so ein bisschen, ich wollte mir den Humor nicht verwässern. Also ich wollte, dass der was Besonderes bleibt und nicht, wenn ich die zwei davor frisch geguckt hätte, hätte ich, glaube ich, ein paar von den Sachen im dritten Teil nicht mehr so fresh empfunden, sondern hätte halt gewusst, ah ja, okay, jetzt haben wir hier den Slow-Mo-Kampf. Ich meine, klar, das erwartet man von Deadpool. Aber zu der Frage, ja, es ist halt Kommerz, aber es funktioniert trotzdem als Humor. Ich glaube aber, dass das bei manchen Menschen, dass die deswegen da weniger Spaß mit haben werden. Ich hatte es ja schon mal angedeutet, weil es halt schon krass kalkuliert ist. Das, also, wie ich auch schon sagte, wenn du mit den ersten beiden Teilen nichts anfangen konntest, das wird sich bei Teil 3 nicht ändern, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der aus Teil 2 rausgekommen ist mit den Worten was für eine Scheiße, aus Teil 3 rauskommt und sich sagt, Wahnsinn, das war aber toll. Das wird nicht passieren. Ja, und es passiert was ganz Wichtiges, also, es wird was in dem Film gemacht, was ich als durchaus smart empfinde. Und da können wir im Spoiler-Teil gerne drüber reden. Ich muss es mir merken. Was der Film natürlich auch bietet, außer Kalkül, ist natürlich Itchen. Und die ist, wie in den Vorgängern auch, sehr blutig. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass sie in Sachen Filmgewalt schon noch eine Schippe draufgelegt haben. Also, es fliegt öfters mal ein Arm durch die Gegend. Ein paar Leute, die da auch jetzt abgemockst werden, da habe ich mich auch gefragt, aber so böse scheinen die ja gar nicht zu sein. Und muss man jemanden sofort enthaupten, der einen nur verhaften möchte? Sei es drum. Das ist halt alles sehr blutig, sehr übertrieben. Es bietet meiner Meinung nach wirklich auch nette, abwechslungsreiche Action-Szenen. Ich möchte gerade diesen Kampf zwischen den beiden Titelhelden in einem Honda erwähnen. Das fand ich wirklich ganz spaßig. Man muss aber auch dazu ganz klar sagen, und ich kenne einige Leute, die das auch ein bisschen abstößen, abschreckt, was ich verstehen kann. Die Gewalt und das Blut, was hier fließt, ist, wie ich finde, sehr eindeutig wieder so CGI-Blut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so CGI-Blut hat irgendwie nicht so den gleichen Durchschlagskraft wie jetzt so schönes Kunst-Blut. Schlogger, was sagst du zu der Action? Ich fand die Action ziemlich geil. Also erst mal zu der Inszenierung. Man hat immer gecheckt, was passiert, wer gerade wem, wie eine reinhaut. Das habe ich das Gefühl, bei manchen Action-Filmen sind die so kaputt geschnitten. Ich meine nicht, dass der hier auch viele Schnitte hat, aber dass ich manchmal gar nicht weiß, wo muss ich jetzt genau hingucken und was ist da gerade passiert. Ich finde, hier ist ganz klar inszeniert, die haben richtig geile Ideen, wie die Kämpfe stattfinden und was da auch gemacht wird. Super, ich spüre die Kreativität und das Aussehen, was du angesprochen hast. Das stört mich hier nicht so, auch nicht dieses CGI-Blut, weil es eben ein übertriebener Comic-Film ist. Da erwarte ich keine Realität. Du hast ja ganz oft auch, dass manche Frames halt wie ein Comic-Panel wirken sollten. Und da passt auch dieses Blut für mich rein. Deswegen war das ein Aspekt, der mich wirklich überhaupt nicht gestört hat. Melanie, wurde dein Hunger nach Action und Blut genügend gestillt bei Deadpool und Wolverine? Also das mit dem CGI-Blut hat mich jetzt auch nicht gestört. Also da gehe ich mit dem Slugger mit. Ja, also ich finde zum Beispiel, hätte man das jetzt bei so einem Oldboy gemacht oder so. Das ist ein schöner Vergleich, muss ich sagen. Dann wäre es irgendwie komisch. Aber jetzt bei dem, ich finde halt genau die Begründung, die Slugger jetzt genannt hat, da gehe ich mit. Und was ich auch nochmal herausstellen wollte, war jetzt dieser ganz zu Beginn der Kampf. den fand ich einfach auch schon so cool gemacht. Also allein wie auch schon da die ganzen Namen halt von den Beteiligten des Films halt eingeblendet worden sind. Das war einfach, es war einfach wieder so cool und es war ein so spaßiger Kampf. Und wie gesagt auch halt wirklich sehr brutal auch. Und du hattest einfach direkt Bock. Also dieser Anfang hatte ich einfach direkt schon abgeholt. Deshalb wollte ich diesen Kampf auch nochmal herausstellen. Es ist ein guter Einstieg einfach in den Film, weil der ja schon relativ das Tempo vorgibt. Und ich muss auch sagen, ja, der Film ist halt wirklich sehr brutal. Ich finde aber, die FSK 16 ist okay, weil es halt so übertrieben ist und auch nie so richtig explizit. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie minutenlang auf irgendwelche Wunden drauf zeigen. Aber du siehst halt manchmal schon mal, dass da jemand durchbohrt wird und da fliegt mein Arm durch die Gegend und da liegt mein toter Körper. Aber es ist halt alles, es ist jetzt wirklich nicht so, dass sie darauf abziehen, nicht ekeln zu wollen. Also zumindest hatte ich nie das Gefühl. Also mein lieber Stu, ja, wir haben ja hier unser Side-Projekt Schocker mit Schlogger, in dem du mich zwingst, Horrorfilme zu machen. Moment, Moment, Moment. So frame ich das jetzt einfach. Was heißt hier immer zwingen? Ja, nein, so wird es jetzt, so wird das geframed von mir und fertig. Und bei diesem Film hier, Deadpool, klar, es ist alles in humoristisch reinsortiert. Es ist kein Terrifier, obwohl da bestimmt Dinge passieren, die auch in einem Terrifier passieren und in einem anderen Kontext und in einem anderen Vibe auch durchaus ekelhaft werden. Und auch bei Deadpool musste ich zweimal weggucken, tatsächlich. Also erstmal, liebe Zuhörerschaft, es tut mir leid, dass Schlocker hier Terrifier vom Gewaltkram mit Terrifier, äh, Terrifier mit Terrifier, nein, Terrifier mit Deadpool gleichsetzt, ja. Seid ihr nicht böse? Sie ist noch neu in dem Game. Ich arbeite daran, dass du es verbessern. Er hat das ja gesagt und was soll ich dazu sagen, dass du weggeguckt hast? Mich würde interessieren, wo du weggeguckt hast. Hast du weggeguckt jedes Mal, wenn dieser pottenhässliche Hund ankommt? Nein. Der soll ja pottenhässlich sein. Aber ich glaube, ich kann das schon sagen, wo ich weggeguckt habe. Es wird einmal jemandem die Haut abgezogen. Da habe ich weggeguckt. Und einmal werden jemandem die Beine abgeschnitten. Und das fand ich irgendwie auch. Es passt zwar in den Filmreifen, aber da haben sie irgendwie eine Sekunde zu lang drauf gehalten. Da habe ich auch weggeguckt. Man sollte vielleicht sagen, das klingt jetzt, wenn Schlocker ist, so beschreibt, so ein bisschen, als wäre das irgendwie Hostel. Aber es... Ja, oder Terrifier. Ich finde aber schon, das passiert sehr, sehr schnell. Und gerade das mit der Haut ist ja auch nicht so, dass da... Also ich hätte da, glaube ich, ein Problem, wenn es irgendwie sadistisch wäre oder irgendwie ausgiebig ausgespielt würde. Aber es ist ja wirklich relativ schnell, finde ich. Ja, es ist auch humoristisch und es ist auch witzig. Aber einfach das Bild, von dem Bild, was man da sieht, deswegen habe ich weggeguckt. Ich mag es einfach nicht, wenn man nur die Muskeln oder nur das Skelett sieht, wo vorher noch ein Mensch war. Aber dieses mag ich nicht. Okay, das merke ich mir für die nächste Folge Schocker mit Schlager. Nein! Es ist ja auch nicht schlimm. Es ist, wie gesagt, es ist immer ins richtige Setting drin. Es ist humoristisch gemeint. Aber das war irgendwie von der, von dem Graphic, wie man auch immer sagt, von der Darstellung her, war mir vor allem das mit der, was man dann eben ohne Haut diese Figur ganz kurz sieht, war mir einfach. Habe ich weggeguckt. Ganz kurz. Wisst ihr, was ich heftig fand? Das war auch zu Beginn bei dem Kampf. Ähm, da hat Deadpool quasi eine andere Waffe, die er nutzt, die zufälligerweise sehr der von Wolverine ähnelt. Und da hat er auch gegen so zwei Typen da gekämpft. Und dann hat er diese Krallen quasi so in das Geschlechtsteil von einem dieser Männer und dann auch auf einem hinteren Part und dann steckte das da so fest. Und das war irgendwie so, es war richtig unangenehm, weil er hat ja diese Krallen rausbekommen und diese Leute waren so, Alter, das ist voll asozial. Also ich als Mann fand das so richtig. Alter, das tut doch weh. Okay, ich merke schon, wir verkrampfen uns ein bisschen zu sehr ins Thema Gewalt. Lass uns mal ein bisschen was Schönes reden, nämlich über Freundschaft. Ja, der Film heißt ja Deadpool Wolverine und Überraschung, es geht darum, dass halt Deadpool und Wolverine ein Abenteuer erleben. Ich muss sagen, ich hab ein bisschen, also der Film hatte für mich nach dem Anfangs-Action-Segment so ein, zwei kleinere Längen, bis dann endlich mal Wolverine aufgetaucht ist. Danach fand ich den Film sehr kurzweilig. Aber meine Frage zieht sich darauf, findet ihr, dass Deadpool und Wolverine, haben die für euch eine gute Chemie? Hat das für euch funktioniert? Oder hattet ihr vielleicht das Gefühl, das sind einfach zwei Figuren, die irgendwie zwar zusammen vor der Kamera stehen, aber im Prinzip eigentlich so, ja, von der Atmosphäre her, die sie ausstrahlen, mehr so jede ja ihren eigenen Film machen. Schlucker, wie ist es bei dir? Also ich hab natürlich, weil ich mich nicht spoilern wollte, wenig von Marketing vorher mitbekommen, aber wusste trotzdem, so viel hab ich dann doch mitbekommen, dass die zwei Schauspieler in echt auch befreundet sind. Und wenn man das weiß, dann schwappt es wahrscheinlich auch in den Filmen über. Und was halt auch cool ist, dass die zwei ja die gleiche Superkraft haben, weil sie, da bin ich jetzt leider nicht ganz im Hintergrund drin, ja, aus der gleichen Experimentreihe kommen oder aus der gleichen, bitte schreibt es in die Kommentare runter. Die haben auf jeden Fall irgendwas gemeinsam. Sie haben ja beide diese Regenerationskraft. Und dadurch haben sie schon so eine Verbindung geschichtlich von der Story her gehabt, selbst wenn man diese Freundschaft von den beiden Schauspielern nicht im Hinterkopf hat. Also für mich hat das funktioniert. Also hast du das Gefühl, dass wir vielleicht irgendwann später nochmal weitere Filme mit den beiden zusammen sehen, so als Mutanten-BMS? Nee, ich hoffe nicht, niemals. Es wäre so schlimm, wenn die, das, nee, da hätte ich überhaupt keinen Bock. Ich hab das Gefühl, der hat jetzt alles erzählt und fertig, mehr brauche ich dann nicht, auch wenn es mir gut gefallen hat. Der Ju und der Ryan, zusammen vor der Kamera, ein Fest für dich oder mehr so, ja? Zu dem, was Schleuer jetzt zuletzt meinte, das würde ich auch überhaupt nicht feiern, weil es wäre halt wieder dieses typische, wir müssen jetzt etwas, was funktioniert hat, so lange wie es geht, melken. Worüber sie sich auch im Film lustig machen, allerdings. Genau, ja, also dann, ja, wäre halt ja ziemlich, ne? Aber es wäre ja schon irgendwie ein bisschen, weil, pass auf, ich hab ja schon gesagt, der Film wird zu sehr großer Wahrscheinlichkeit sehr, sehr erfolgreich werden. Ja. Und wir wissen, was passiert, wenn ein Film erfolgreich ist. Nämlich, er wird fortgesetzt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das auch nicht einfach so sein lassen. Also sie werden vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht nochmal einen Wolverine und Deadpool Crossover-Gemeinschaftsfilm machen. Und vermutlich werden sie sich dann darin auch wieder darüber lustig machen, dass sie ein Sequel gemacht haben. Und das ist ja so eine, so eine einfache... Ja, das könnte passieren. So eine einfache Ausflucht. So nach dem Motto, so, oh, ich weiß, das ist, das ist doof, aber hey, ich mach mir ja selbst darüber lustig, ne? Deswegen ist es so ein bisschen wie die... Aber würden die dann, würden die dann nicht eher sowas machen wie Deadpool und dann halt jemand anders und dann taucht auch Wolverine auf, dass sie quasi damit so aufsetzen, dass wir die Idee, dass wir immer irgendjemanden an Deadpool stellen. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dieser Film, der vermutlich die Milliarde knacken wird, das ist für ein R-Rated-Film wirklich immens, dass der, der wird fortgesetzt werden. Die Frage ist halt, wie? Und ich meine, kann ja sein, dass Hugh Jackman sagt, so Leute, ich hab's jetzt einmal gemacht, aber ich hab keinen Bock mehr. Aber ich glaube schon, dass wir noch mehr davon bekommen werden. Also ich sage nicht, dass ich das möchte. Ich kann's mir aber nicht vorstellen, dass ich's nicht fortführen werde. Dafür ist, wie gesagt... Ich fänd's halt so cool, wenn irgendwann ein Schauspieler sagen würde, einfach das Rückgrat zu beweisen und die Integrität zu sagen, ja, ich könnte da noch wahnsinnig viel Kohle mitkriegen, aber ich finde, das ist auserzählt. Und Ryan Reynolds ist ja fast Deadpool und hat ja auch mitgeschrieben und alles. Ich kann jetzt nicht in ihn reingucken und ich weiß noch nicht, wie ich an seiner Stelle reagieren würde, aber ich fänd's einfach cool, wenn dann jemand sagen würde, nee, das ist jetzt, der Zenit, mehr geht nicht. Also, wie gesagt, ich glaube definitiv, es wird noch mehr Deadpool-Filme geben. Die Frage ist halt, ob Wolverine dazu gehört. Was ich zum Beispiel interessant finde, diese Figur des Cable, den ja Josh Brolin im zweiten Teil gespielt hat, der ja bei den Fans wohl sehr beliebt war, der Comic-Vorlage und der auch in einem Film gut ankam, der ist ja gar nicht mehr Teil von Deadpool, also von diesem Deadpool-Film. Das fand ich fast schon ein bisschen überraschend, weil ich dachte, ey, das lief so gut, aber sie haben's nicht gemacht. Das spricht dafür, dass es vielleicht wirklich sein kann, dass jetzt Deadpool 4 oder Deadpool trifft den Weihnachtsmann oder was weiß ich, dass dann, dass der vielleicht ohne Wolverine auskommt, aber ... Ja, vielleicht wirklich, weil Josh Brolin gesagt hat, er will nicht und dieser Film besteht ja darauf, dass wir nicht irgendwelche anderen Schauspieler nehmen, um eine Rolle zu spielen, sondern es ist ja gerade die Essenz des Films, dass es die Originalschauspieler sind. Die gesagt, letztlich, es ist ein Geschäft und, ähm, ich mein, Hugh Jackman hat auch nach Logan and Wolverine gesagt, das war's, er wird das nie wieder machen. Genau wie Patrick Stewart gesagt hat nach Logan and Wolverine, ich werd nie wieder Professor X spielen. Was hat er getan in irgendeinem Marvel-Film? Nur ein Gastauftritt, aber er war wieder Professor X, genauso wie Hugh Jackman, der jetzt hier auch zurückgekommen ist. Deswegen, Integrität ist was Schönes, Geld ist aber noch schöner. Das sollte man nicht vergessen, ne? Um zurück zum Thema zu kommen. Wir hatten ja eine Frage offen. Zur eigentlichen Frage. Ich fand auch, dass die Chemie hier richtig gut funktioniert hat, also ich finde, ich mag die beiden einfach total gerne als, ja, weil es ist so ein bisschen, was der Film ja eigentlich erzählt, ist so ein bisschen, man hasst sich, ne, zu Beginn und man hasst sich eigentlich über einen ziemlich großen Teil und findet sich gegenseitig nervig. Ich glaub, das kann ich jetzt sagen, ne, und dann lernt man sich halt zu schätzen. Das ist ja eigentlich ein typischer Filmplot, ne? Ja. So. Es ist ja irgendwie ein bisschen wie eine Buddy-Komödie. Wenn ihr das übrigens mögt, kann ich euch sehr empfehlen, den Podcast Schocker mit Schocker. Das läuft nach dem selben Schema ab. Aber wie fandest du das denn? Ja, das hat funktioniert für mich. Ich, ähm, ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass die sofort für mich so eine richtig krasse Megachemie hatten, weil dafür sind die Charaktere dann doch schon zu unterschiedlich und es braucht ja auch eine gewisse Zeit, bis das so alles ins Rollen kommt und was für mich halt auch ein bisschen, ich sag mal, schwierig war, ist, du hast halt Deadpool, diesen Typen, der immer klappert, der alles überironisiert, der nichts ernst nimmt und dann hast du als Gegenpart halt Wolverine, der ein leichtes Aggressionsproblem hat und der sehr ernst ist und am liebsten einfach nur still in der Ecke sitzt und man seinen Whisky trinkt. Und der bringt halt eine gewisse Dramatik mit rein und das beißt sich halt komplett mit Deadpool. Und für meinen Geschmack versuchen sie zu lange, diese Ernsthaftigkeit eines Wolverine aufrecht zu erhalten, was für mich aber komplett nicht funktioniert, wenn du halt daneben meistens Zeit halt eben ein Deadpool hast, der alles mit der vierten Wand irgendwie durchbricht. Aber andererseits wäre es halt seiner Figur nicht treu. Klar, natürlich, klar. Das ist halt eben das, was das Konzept einfach so mit sich bringt. Das ist jetzt auch für mich kein wirklich riesengroßer Kritikpunkt. Ich hatte halt nur bei mir, ich habe ein bisschen gebraucht, bis der Film so richtig ins Rollen gekommen ist. Und das lag eben auch daran, weil sie natürlich auch versuchen müssen, für Wolverine eine Art Motivation zu finden. Weil Deadpool hat ja auch nur Motivation und die ist arg, böses Wort, konservativ, weil er will ja seine Geliebten retten, die im Gegensatz zu den Vorgängerfilmen auch gefühlt nur drei Minuten in diesem Film vorkommen, was ein bisschen schade ist, wie ich finde. Aber sie brauchen halt, wie gesagt, einfach nur Motivation. Und das ist einfach sehr, ja, sehr Standard, was da abgeliefert wird. Das ist eben auch wieder ganz weit entfernt von Anarchie und rebellisch. Also da ist der Film auch, genau wie die Vorgänger, sehr klassisch. Und das finde ich nicht schlimm. Ja, stimmt. Jetzt, wo ihr es sagt, ich finde ja, die Story, die dann eben in dieser Zeit, wie auch immer, aus Loki dann damit irgendwas zu tun hat, die fand ich ja gar nicht so abgebogen. Aber jetzt, wo ihr es sagt, die Motivation, warum Wade Wilson und hier Wolverine das Ganze eigentlich machen, die fand ich während des Films schon sehr dünn. Das hat mich auch so ein bisschen genervt. Also das hat mich, jetzt, du hast es gerade verteidigt ein bisschen, aber dieser Teil von der Motivation, der hat mich ein kleines bisschen genervt. Und ein großer Kritikpunkt, den ihr beide gerade angesprochen habt, ist dieses, diese Tonalität. Also für mich funktioniert sie, weil Deadpool halt sein Deadpool-Teil hat und Wolverine sein, Wolverine-Teil. Und jetzt, das wäre das Einzige, was für mich dagegen spreche, den Film Deadpool 3 zu nennen, weil es dann für einen Deadpool-Film doch ein paar zu viele Momente gibt, die ruhig sind. Wo man dann richtig merkt, huch, jetzt bin ich ja gerade aus dem Deadpool-Flow raus, weil es eben die mit Wolverine sind. Mich hat es, wie gesagt, nicht so ganz gestört, weil ich die gut den Charakteren zugeordnet fand. Aber man hat manchmal eben gedacht, wie kann ich hier eigentlich irgendwas ernst nehmen in diesem Film? Auch mit zwei Charakteren, die eigentlich nicht sterben können, weil diese Regenationsfähigkeit, das ist ja fast jeder Kampf eigentlich, wie machst du einen Kampf dann spannend? Genau, aber das schafft der Film dann irgendwie trotzdem. Und die paar ruhigen Momente mit Logan, die hätte man, die funktionieren, aber die hätte man, hätte der Film gar nicht unbedingt gebraucht, um den Charakter so zu formen. Ich glaube, es war halt ... Finde ich. Sorry? Nee, bitte. Ich bin fertig. Ich glaube, es ist halt wirklich eine große Herausforderung gewesen. Also jetzt, wo du es nochmal so herausgestellt hast, auch du, das sind halt wirklich komplette Gegenteile. Und ich finde eigentlich dafür, dass es so Gegenteile sind und dass Wolverine wahrscheinlich mit einer der ernsten Charaktere so halt im X-Men-Universe auch ist, ne, dass es dafür eigentlich doch recht gut gelungen ist. Ja. Also ich finde halt, sie stellen sich halt manchmal gegenseitig so ein Füßchen, muss man so auszudrücken. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich das geärgert hat oder mich das komplett rausgebracht hat, weil das stimmt halt schon, du kannst halt so eine ikonische Figur wie Wolverine nicht plötzlich zu so einem Spaß-Kobold machen, ne, genau wie ... Das hätten Leute sofort angekreidet. Ja, und gerade eine Figur wie Deadpool, die ja beim ersten Mal auch komplett anders umgesetzt worden ist, wie es eigentlich, ne, wie hier, ich sag nur, was, wie hieß der Film nochmal? X-Men-Orbiton, sie hieß er, Wolverine, wo er, glaube ich, keinen Mund hatte und sich teleportieren konnte und das war ganz weird, wirklich. Und ich bin kein Comic-Fachmann, aber selbst ich fand das damals einfach nur weird, ne. Deswegen ist es okay so. Es sind so ein paar ... Stotterrei nenne ich's mal, ja. Also, der Film hat manchmal so Momente, da wirkt er so, wie ich rede. Also, er hat ein klares Ziel, er hat Probleme, dieses Ziel richtig zu verbalisieren, ja. Aber es ist okay. Das ist wirklich ... Das kann man ankreiden und ich bin sicher, einigen Leuten wird es mehr stören, wird es mehr stören als mich. Aber ich seh das und denk mir so, ja, läuft nicht alles ganz rund, aber, ja, es stört es mich jetzt massiv. Ne. Ich find's da halt wirklich im Endeffekt wichtiger, dass man den Figuren treu geblieben ist. Aber ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber was sagt er denn dazu, dass die Figuren aus Wade Wilsons Freundeskreis, also seine Freundin Vanessa, der Taxifahrer Dopinder, Kolossos, zwar mit dabei sind, aber meistens ja, sagen wir ehrlich, am Anfang oder am Ende mal so kurz durchs Bild laufen. Das fand ich ein bisschen schade tatsächlich, weil natürlich er hat diese Szenen mit seiner blinden WG-Genossin, aber irgendwie so eine richtige Interaktion mit seinen, in Anführungszeichen, Freunden, mit seiner, in Anführungszeichen, erneut Familie, findet ja nicht so richtig statt. Oder siehst du was anders, Melanie? Ich fand das auch extrem schade. Das hat mich auch wirklich sehr überrascht beim Gucken. Ich dachte, vielleicht kommen die jetzt irgendwie so im dritten Akt nochmal vor. Aber es war ja dann gar nicht der Fall. Also ich fand's auch irgendwie, weil in den früheren Filmen kam jetzt zum Beispiel auch wirklich diese ganze Gang, die er da hatte. Das war halt ja schon ein sehr prominenter Teil so, ne. Also ganz ehrlich, dadurch, dass ich die zwei Teile davor nicht nochmal geguckt habe, ich wusste gar nicht mehr, wer die ganzen Figuren sind. Es war so, hä? Oh ja, okay. Zum Glück kommt ihr nicht so aufboren. Das ist jetzt ein bisschen arschig, das zu sagen. Also ich kannte Vanessa natürlich, die ist ja auch super wichtig. Aber von den anderen, ich konnte mich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr endlich an die erinnern. Auch weil ich den zweiten ja jetzt nicht so wahnsinnig so gut fand. War für mich also okay. Man sagt ja auch immer, ein Held kann immer nur so gut sein wie sein Gegenspieler oder seine Gegenspielerinnen. Ich würde jetzt so, ich glaube, das kann man verraten. Es gibt hier in diesem Film gibt es zwei Schurken. Einmal von der TVA und einmal halt eben Emma Corrin als, äh, ja, glatzköpfige Mutantin. Cassandra Nova. Genau, dankeschön. Den Namen hab ich gesucht. Ähm, ich, also, ich bin auch hier, ich bin für mich böse. Aber ich muss ganz klar sagen, wirklich spannend, faszinierend, interessant sind die Schurken in dem Teil meines Erachtens nicht. Das Beste an Cassandra Nova ist noch, dass sie einen Hang hat mit ihren Händen. Dinge in der Hinsicht zu berühren, das fand ich dann schon echt ein bisschen unangenehm. Wenn's halt nicht so, in Anführungszeichen, unecht ausgesehen hätte, weil du schon gesehen hast, dass es halt eben kein praktischer Effekt ist, sondern digitale Effekte. Aber, Schlogger, die Schurken, war das für dich, äh, mehr so eine, ja, kann man machen? Oder warst du da eher, boah, voll cool, Schurken, toll. Äh, darf man sagen, von wem der Schurke bei der TVA gespielt wurde? Äh, ja, also, dass dieser Matthew McFadden, glaube ich, heißt der das ist, das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Das würde ich jetzt nicht als Spoiler verbuchen. Genau, also, der, der ist ja, der hat ja bei Succession mitgespielt oder so. Mir wurde gesagt, dass er hier einfach die gleiche Rolle spielt wie in Succession. Und das, äh, die, den fanden auch alle in meiner, äh, Vorstellung ziemlich geil. Also, die haben alle abgefeiert, den Charakter. Ich kannte den nicht. Aber ich hab auch gedacht, für jemand, der so einen, ähm, simples Gesicht hat, jetzt, das jetzt ganz gemein gesagt, also, so ein einfaches, so ein, keine herausstechenden Merkmale hat der wirklich, der spielt richtig toll. Also, der hat irgendwie, der schafft es, so einen Charakter zu spielen. Ich mochte den gerne. Und bei der, ähm, von Emma Corrin gespielte Cassandra Nova, da dachte ich am Anfang, oh, nee, oh, wie sieht die denn aus? Oh, nee, wie, voll doof und so. Aber die hat sich dann gemacht. Ich mochte das mit den Fingern. Das sah irgendwie, war irgendwie super unangenehm, eklig, äh, obwohl es eben nicht so schlimm war, weil, wie du schon gesagt hast, die CGI-Effekte. Und ich hab mich an sie gewöhnt im Laufe des Films und fand das dann, ähm, alles ganz cool. Wie gesagt, du hast ja hier immer das Problem, wenn du so einen starken Endgegen, so einen starken Gegner hast, dass es immer ein bisschen läppsch wirkt, wenn die dann irgendwie, also, du musst dann halt auch dementsprechend einen Weg finden, den zu besiegen. Und das funktioniert für mich hier aber. Hab ich angenommen. Melanie, nach dem Kino, sei ehrlich, wolltest du den Glatt zu scheren? Weil du so begeistert warst du in Cassandra Nova? Ich mag ja Emma Corrin, ähm, und den Typen kannte ich jetzt auch nicht, den von, äh, Succession. Aber ich stimme Schlager total zu, dass er wirklich richtig gut geschauspielert hat. Ich war jetzt von beiden nicht so krass abgeholt. Also, ich dachte irgendwie erst mal auch bei, ähm, Cassandra Nova, hab ich erst mal gedacht, an einer gewissen Stelle des Films, dass, ähm, man jetzt was ganz anderes mit dir macht, aber dann ist man, oder vielleicht hab ich das irgendwie auch falsch verstanden im Moment, und dann ist man wieder aber zurückgerudert und macht wieder diese, ähm, ich bin böse, weil böse und ich will die Welt zerstören, weißt du? Ähm, das fand ich halt ein bisschen, ja, schade. Es ist halt sehr stereotypisch einfach. Also, ich, mir haben diese Schocken dann nichts gegeben. Ich sage auch, dieser Matthew McFan hat das okay gespielt. Ich würde nicht sagen, dass das großartig war oder gut, es fand es okay, solide. Bei ihr hat das, hat es nicht so richtig funktioniert, aber auch da, wie gesagt, ist es nicht so wild, dass es nicht so gut funktioniert hat, weil das ist, bei einem Film wie Deadpool und Wolverine gibt's für mich halt andere Aspekte, die funktionieren müssen, ähm, und da liefert der Film dann gerade ab, also beim, bei, beim Humor zum Beispiel. Also, ich, ich würde soweit gehen und sagen, für mich war das der bislang witzigste Deadpool-Film. Mhm. Außer natürlich Storger sagt, jetzt ist, ich liege falsch, und der erste Teil ist viel, viel witziger, dann würde ich natürlich sofort sagen, nein, 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 die erste ist witziger, wobei ich den ersten jetzt am Wochenende nochmal so grob durchgeguckt habe, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde den ersten am schlechtsten. So, jetzt hab ich's gesagt. Bernd. Ähm, ja, grob durchgeguckt, also, ich glaube schon auch, ein Deadpool-Film, die funktionieren beim ersten Mal ganz anders, als wenn du sie dann nochmal guckst. Auch, ich werd's ja noch gleich sagen, egal wie gut ich Deadpool 3 fand, ich weiß nicht, ob ich den nochmal gucken muss. Also, es sind halt Filme, die funktionieren, wie halt oft bei Komödien halt, du weißt dann, was der Gag ist, und es gibt Komödien, die kann man dann immer wieder gucken, aber hier funktioniert es halt, weil es, deswegen machen wir auch einen spoilerfreien Teil hier, weil du eben so überrascht bist, was da alles passiert. Und ich, ähm, ich finde schon auch, dass sich die Art des Humors irgendwann, ähm, die, die schwächt halt ab. Du weißt halt irgendwann, was für eine Art von Gags dich da erwarten. Und ich war beim, ich fand den ersten halt am besten, weil es der erste war, der diese Art von Humor gehabt hat. Auch das Intro mit den, mit den Namen in so einer Slow-Mo-Humoristischen Sequenz. Das haben wir hier auch. Es funktioniert wieder, aber man kennt es halt schon. Es ist trotzdem gut, aber eben nicht so gut wie beim ersten Mal. Deswegen find ich den ersten am besten. Also mein Problem mit dem ersten ist halt, dafür, dass es ein Deadpool-Film ist, bekommst du erstaunlich wenig Deadpool. Das ist mir jetzt wieder aufgefallen bei der letzten Sichtung. Aber, äh, wie gesagt, ich würde auch diesem Film jetzt nicht, äh, sagen, dass der schlecht ist. Es ist nur für, in meiner, in meinem Ranking der Deadpool-Filme ist es so, dass ich den ersten, glaub ich, doch mit am schwächsten finde. Aber hier geht's ja nicht um den dritten Teil, äh, nicht um den ersten Teil, es geht um den dritten Teil, der heißt Deadpool und Wolverine. Und meine Frage an euch ist jetzt, habt ihr noch irgendwas, was ihr spoilerfrei besprechen wollt oder könnt? Weil ansonsten würde ich jetzt so ein spoilerfreies Fazit überleiten, um dann den Spoiler-Part anzukündigen. Ja, bitte. Also bitte jetzt zum Spoilern, sonst wird es ja noch 100 Stunden lang. Also ich rede gerne, ich rede gerne bis noch 24 Stunden mit euch. Aber ich weiß nicht, ähm, wie, wie viele Zuhörer jetzt, nachdem wir so wunderbar viel gesagt haben, die sind, vielleicht dürstet es denen auch nach, äh, ein paar kleinen Spoilern. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal, noch nicht den Spoiler-Part, wir machen jetzt erstmal ein spoilerfreies Fazit. Und wisst ihr was, weil ich ein Gentleman bin, fang ich an. Ähm, ich finde, Deadpool und Wolverine ist genau das, was ich erwartet habe, im positiven wie im negativen Sinne. Er ist komplett kalkuliert von vorne bis hinten, aber er macht Spaß. Er hat ein paar kleinere Längen, gerade so in der ersten Hälfte, würde ich sagen. Und das Zusammenspiel zwischen den beiden Helden, ja, manchmal hakelt es hier ein bisschen. Aber insgesamt hatte ich wirklich eine gute Zeit. Ähm, aber, das muss auch gesagt so sein, ich kam aus dem Kino raus, bin mit der Melanie zum Bahnhof gegangen und aus dem Weg zum Bahnhof hab ich mich schon gefragt, so, worum ging's jetzt eigentlich genau? Und ich konnte diese Frage nicht wirklich adäquat beantworten. Und ich glaube nicht, dass es an meinem sehr bescheidenen zerebralen Fähigkeiten liegt, sondern einfach, weil das der Film nicht hergibt. Und das ist schade, aber ich finde das nicht schlimm. Ähm, für mich ist Deadpool und Wolverine ein solider, ein ganz guter, ein netter, ein spaßiger Film, der genau weiß, was er will und der genau das abliefert, was er verspricht. Und das ist okay, damit kann ich leben. Äh, ich brauche in den nächsten zwei Jahren keinen nächsten, keinen neuen Deadpool, aber in drei, vier Jahren bin ich ehrlich, Deadpool 4 oder Wolverine und Deadpool retten Nimmerland von mir aus. Ich wäre dabei. Von daher eine Empfehlung, aber seid bitte gewiss, wenn ihr die Vorgänger nicht mochtet, das ist dann auch der dritte Teil, ist nicht für euch. So, wer als nächstes? Schlocker oder Melanie? Schlocker, mach du mal weiter. Ja, ich würde es eigentlich so ähnlich sagen wie du, ähm, nur, dass mir der Film mehr Spaß gemacht hat. Also ich war wirklich, äh, ich fand ihn ultra kurzweilig. Er ist, wie du schon sagst, man kommt vielleicht raus und erinnert sich an nicht viel, aber man erinnert sich dran, dass man eine gute Zeit hat. Und das Wichtigste hier ist, dass, finde ich, die Aussage, dass er genau weiß, was der Zuschauer haben möchte und ihm das gibt. Das kann man als kalkuliert bezeichnen, aber es ist vielleicht auch gut in Zeiten von, wo Remakes oder Sequel denken, sie müssen irgendwas Neues, Krasses einführen und sich dann aber nicht auf die Essenz von einem Produkt zurück zu besinnen. Und deswegen fand ich es hier, das war wie so ein Aufatmen, so, ach, ach, schön. Ich krieg hier genau das, es ist klar, es ist kalkuliert, aber ich will auch gar nicht mehr. Ich war, deswegen war ich da durchaus zufrieden. Es ist so kurzweilig, lustig und auch bildlich so schöne Bilder dabei. Man kann hier ganz viel kritisieren, aber ich hatte einfach Spaß. Und deswegen fand ich das einen guten Film. Melanie, wie ist es bei dir? Also ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Ich kann es einfach mal so beschreiben, ne? Wie eben erwähnt, ich kam ins Kino an, ich hatte nicht die beste Laune. Kann ich bestätigen? Weil ich wirklich mal wieder fast eine PV verpasst hätte wegen der Deutschen Bahn und ich davor wirklich komplette verschiedene Nervenzusammenbrüche erlitten hatte deswegen. Ich saß im Kino, kam aus dem Film raus und hatte wieder absolut gute Laune. Und ich finde, das sagt einiges über diesen Film aus. Und ja, also er macht einfach super viel Spaß, was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, was jetzt gleich im Spoiler-Teil auch nochmal sehr deutlich wird. Da steckt noch wirklich sehr, sehr viel Detail drin. In ganz vielen Shots, in ganz vielen, ja so Dingen, die einfach im Hintergrund rumliegen. Da ist auch immer so ein Augenzwinkern bei. Und das ist halt irgendwie genau das, wie eben Schlogger meinte, was man möchte und man bekommt es und man sitzt dann da und denkt sich so, das war eigentlich so ein bisschen so mein Gedanke. Okay, irgendwie funktioniert jetzt so diese ganze, es ist ja nicht unbedingt die Marvel-Formel, aber irgendwie funktioniert es immer noch. In manchen Momenten und halt eben vor allem durch so jemanden oder durch solche, ja durch eben Deadpool kann es noch funktionieren. Und deshalb denke ich, sehr viele Fans werden hier richtig Spaß haben. Ja, vielen Dank. Gut, dann hätten wir das jetzt soweit alles geklärt, dann sage ich noch ganz kurz, weil jetzt vermutlich einige Leute abschalten werden. Die Melanie findet ihr auf YouTube oder Melanie Carly. Da könnt ihr Videos von der Frau sehen, Besprechungen zu. Machst du mittlerweile auch andere Sachen außer Schwarzenegger eigentlich? Ich mache jetzt nächste Woche was anderes. Okay, ich bin sehr gespannt. Also Schwarzenegger ist jetzt vorbei, ne? Oh, okay. War ready das letzte? Ja. Ja. Okay, also Mandy Carly auf YouTube und Schlogger, das müsst ihr mittlerweile wirklich wissen, ist auch als Comic-Künstlerin und Autoren unterwegs. Guckt mal bei www.schlogger.de oder im Schlogger-Shop vorbei. Außerdem auf Social Media, the englischer Artikel, the Schlogger. Aber das wird sie gleich nochmal in Genüge nochmal ganz zum Schluss nochmal genau sagen. Ich wollte es nur jetzt nochmal loswerden, weil falls ihr jetzt abschaltet wegen Spoilern, haben wir uns richtig getan. Ach ja, Discord. Tele-Stammtisch.de slash Discord. So, gut. Und dann kommt zurück, wenn ihr den Film geguckt habt. Und dann könnt ihr weiterhören. Das habe ich auch schon gemacht bei Podcasts. Okay, Spoiler. Ich muss ehrlich sein, ich hatte bis hierhin so einen groben Ablaufplan. Bei Spoiler habe ich hierhin und geschrieben, Spoiler Doppelpunkt Feuer frei aus Ruhezeichen. Weil es wirklich viel ist, was man diesem Film, was der Film einen bietet an Referenzen, an Cameos, an Easter Eggs, an kleinen Gags, an größeren Gags. Aber eine Sache sage ich hier gleich vorweg und ich glaube, das ist mit das, was gerade überall besprochen wird. Taylor Swift kommt nicht vor. Ja, also es gab ja scheinbar irgendwie ein paar Gerüchte. Das hatte ich auch gehört. Es wurde ja quasi Lady Deadpool, ne? Das ist der offizielle Begriff. Also im Abspand steht so, ja. Okay. Das Lady Deadpool wurde jetzt, glaube ich, in einem der letzten Trailer oder kurz Zippets von diesem Film gezeigt. Und man sieht halt, es ist ein werblicher Deadpool mit einer, ja, mit einem blonden... Schweif, oder? Ein Pferdeschwanz. Ein Pferdeschwanz. Wie komme ich auf Schweif? Sorry. Vielleicht auch ein Schweif. Genau. Und dann war halt direkt die Frage, ist es Taylor Swift? Weil Taylor Swift ist, Fun Fact, auch eben mit Blake Lively und eben Ryan Reynolds halt sehr gut befreundet. Deshalb wäre es gar nicht mehr so abwegig gewesen. Aber ich war sehr froh, dass sie es nicht war. Man kann ja auch sagen... Weil ich weiß genau... Ach so, sorry. Ich weiß genau, dass so viele Leute sich drüber aufgeregt hätten. Und deshalb sage ich als Fan, war ich sehr froh, dass sie es nicht war. Und dass es tatsächlich, wie ich es vermutet hatte, eben Ryan Reynolds' Frau ist. Also Black Lively. Also da steht es im Abspann. Sie hat jetzt keine Szene, wo sie die Maske fallen lässt. Und was auch ganz süß ist, gegen Ende gibt es ja so diesen Kampf Wolverine und Deadpool gegen diverse Wolverine-Vertreter. Und da gibt es auch so einen... Deadpool-Vertreter. Deadpool-Vertreter, genau, sorry. Und da gibt es auch einen jungen Deadpool, ein junges Deadpool-Mädchen. Das ist laut Abspann, glaube ich, auch die Tochter von Blake Lively und Ryan Reynolds. Ja, Ines Reynolds. Genau. Hat die mit dem Hoodie? Genau, genau. Das ist alles ganz süß und nett. Okay, ich habe wirklich jetzt ein paar Stunden daran überlegt, wenn ich so meinen Lieblings-Kameo auswählen müsste, aus dem Film. Ich hätte wirklich Probleme, weil es gibt einen, den ich super toll fand, weil sie da wirklich auch mit den Erwartungen spielen und mit einen der besten Gags bringen. Ich sage nur Captain America. Der ist super, der Gag ist ja großartig. Ja, der ist sehr nationell. Und der andere, weil ich da wirklich überrascht war, hat was mit, was auch ich sage, Wesley Snipes als Blade ist halt mit drin. Und Blade ist halt noch so ein Film aus meiner Jugend, sag ich mal. Er hat ja drei Filme gemacht und dem dritten spielt ja sogar Ryan Reynolds mit. Und wo Ryan Reynolds, wenn man so will, quasi so das erste Mal so als Deadpool unterwegs ist von der Figur her. Was nicht heißen soll, dass Blade Trinity gut ist. Blade Trinity ist scheiße. Das finden auch alle Beteiligten. Also das ist nichts Neues. Aber ich war dann schon wirklich überrascht, als wirklich Wesley Snipes steht. Und natürlich gibt es mehrere Anspielungen darauf. Zum Beispiel, wenn Wesley Snipes sagt so, ich bin der einzige Blade. Und dann kommt halt dieser obligatorische Blick von Deadpool, der die vierte Wand durchbricht. Weil du als Seniorst natürlich weißt, nee, nee, Marsha Halli Ali, der zweifach Ausgabeisträger, soll ja jetzt den neuen Blade spielen. Das fand ich sehr amüsant. Aber mal bei euch gefragt, wenn ihr neben Chris Evans, den Cameo werden wir gleich noch besprechen. Was ist denn bei euch so der Cameo gewesen, wo ihr sagt, Donnerwetter, hält nicht gedacht, fand ich toll, hat Spaß gemacht, mehr davon. Ja, jetzt möchte ich kurz, was ich jetzt schon zweimal angesprochen habe, was dieser Film eben anders macht als Deadpool 1 auf jeden Fall. Und zwar dieses große Ding, was ich smart finde, ist, dass die hier alle abgelegten Charaktere, also wir finden uns ja in der Void wieder, das kennen wir aus eben der Loki-Serie. Da werden eben aus allen Realitätssträngen, wenn du geprunt wirst, also dieser Leuchtstab, wenn du damit gestochen wirst sozusagen, dann wirst du eben in die Void verbannt. Und das ist so quasi die Müllhalde von allen Multiversen, allen Realitätssträngen. Und da fand ich die Idee so klug zu sagen, okay, ganz klar, hier landen alle, die aus der Filmgeschichte von allen Comic-Verfilmungen, die quasi lieblos dahingeworfen wurden oder missachtet worden sind. Und da kannst du ja so viel mitspielen oder eben auch, dass Figuren aufeinandertreffen. Und das fand ich total cool. Und da hätte ich es auch gefühlt, wenn da mehr Deadpool-Filme kämen, dass die da einen neuen Twist bräuchten, weil das eben für mich hier dann das Alleinstellungsmerkmal war. Und du hast ja sowas, klar, du hast jetzt Blade. Und damit ich jetzt Melanie Nix vorwegnehme, sage ich, mein Lieblings-Kameo, der war jetzt nicht unbedingt in der Void, aber es wird ja eine Montagesequenz geben. Das sagt Deadpool ja auch schön so. Jetzt kommt die Montagesequenz, in der er eben sich einen Wolverine aus einem Multiversum raussucht. Und da kommen wir dann gleich auch noch auf den Anfang zu sprechen, warum er denn sich einen Wolverine aussuchen muss. Und in der Sequenz sehen wir ja ganz viele verschiedene Wolverines, aber das heißt viele, es sind glaube ich fünf oder sechs. Und einer davon ist dann Henry Cavill. Und das fand ich super. Das war genau das, was ich sagen wollte. Obwohl der ja nicht so viel, genau, aber der hat glaube ich keine cineastische Relevanz. Der war einfach Just for the Lloyd. Ich muss auch sagen, also ich habe hier nichts gegen Henry Cavill, aber Henry Cavill ist auch so ein armer Typ, der ja gefühlt durch jedes Franchise so durchgeschoben wird. Also Mission Impossible, Witcher, DC Superman, auch glaube ich irgendwas bei Guy Ritchie. Warhammer doch jetzt. Warhammer, genau, Highlander ist ja jetzt auch mit drin. Und ich muss sagen, also ich fand das schon amüsant, aber das war tatsächlich der Cameo, also ich habe nicht damit gerechnet, dass der kommt, aber das war der Cameo, der mich am kaltesten gelassen hat. Ja, du hast schon recht, auch aus dem Grund, weil was ich vorhin meinte, was die Essenz ist ja eigentlich, dass sie hier wirklich die Originalschauspieler nehmen. Und der Henry Cavill hat nichts mit Wolverine zu tun. Deswegen ist der für mich wahrscheinlich auch so rausgestochen. Melli, sag du nochmal deinen Cameo und dann müssen wir unbedingt über den Anfang sprechen, was ja die Verbindung zu Logan ist. Ich weiß jetzt gar nicht, um ehrlich zu sein, was mein Lieblings Cameo ist. Was ich aber einfach wieder genial finde und das passiert mir ganz oft in Filmen. Ich sitze da, schaue mir einen Film an, denke mir nichts und plötzlich ist da Channing Tatum. Das ist vielleicht mein Cameo, weil das ist wirklich mir schon so, also das ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, das ist mir schon so oft passiert, dass ich da einfach sitze und plötzlich ist da Channing Tatum. Das hatte ich letztens ja auch bei hier The Hateful Eight auch. Wer kennt das nicht? Meine Oma isst ein Stück Pflaumenkuchen, dreht sich um, zack, Channing Tatum ist da. Channing Tatum. Ey, der ist überall der Typ. Aber, das ist zum Beispiel so ein Cameo, den finde ich halt, ich will nicht sagen, der smart ist, aber der freut mich halt, weil, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, er war ja wirklich lange Zeit eingeplant als halt Gambit, als dieser sehr bekannte Mutant aus den X-Men. Gambit gilt glaube ich so neben Wolverine als einer der beliebtesten X-Men, der aber glaube ich bis auf einen Teil, ich glaube das war bei X-Men Origins, nie einen Auftritt hatte. Und als dann Channing Tatum als Gambit, das ist aber jetzt auch schon Jahre her halt angekündigt worden ist, das war ein großes Trara und darauf ist nie was geworden. Und das fand ich einfach schön. So genial. Weil, er kommt halt rein, er sieht auch aus wie die Vorlage, es ist nicht so, dass der irgendwie Dark and Ritty aussieht, der sieht genauso aus wie man, wie er in den Comics aussieht, zumindest die Comics, die ich kenne oder die Trickserie, die ich kenne. Und ich finde es, das muss ich erwähnen, weil das war wirklich der Punkt, den fand ich richtig toll, ich fand es so schön, dass der Film ein Herz hat für diese abgelegten Figuren. Für diese Figuren, die fast alle, Blade mal ein bisschen ausgeschlossen, weil die ersten beiden Teile durchaus erfolgreich waren, aber ansonsten alles Figuren von Filmen, die entweder als Franchise-Killer gelten, die total gefloppt sind und, das darf man nicht vergessen, die auch wirklich ganz oft mit Spott und Häme überzogen worden sind. Zum Beispiel Jennifer Garner ist ja auch dabei als Elektra und ich finde es wirklich toll, dass der Film jetzt da ist, sag, pass auf, die Filme waren, sei mir ehrlich, die Filme waren nicht gut, darüber müssen wir nicht reden, aber sie gehören trotzdem noch ein bisschen zu uns und gerade auch im Abspann, wenn du halt so behind the scenes siehst, nicht von Deadpool 3, sondern wirklich von diesen Filmen, von den alten Wolverine-Filmen, von Elektra, von den alten Fantastic Four, ich fand das wirklich schön. Ich fand, das war, das war eine, also, ich hätte nicht gedacht, dass das so, ich sag nicht, herzerwärmend war es nicht, das wäre falsch, das ist immer noch ein Deadpool-Film, aber ich fand es, es hatte so eine gewisse Aufrichtigkeit und die ging mir fast schon ein bisschen zu Herzen und ich fand das wirklich schön, dass der Film einfach sagt, Leute, pass auf, ihr mögt diese Filme wahrscheinlich nicht und das ist euer gutes Recht und wir können es auch verstehen, weil, wie gesagt, sie sind nicht gut, aber sie gehören dann doch auch zu unserem Erbe. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ja, das ist doch das, was ich meine mit dem Herz und dass man eben Figuren, die eben sagen, wir haben ein Ende verdient, ein Ende gibt und dann auch im Abspann, ich meine, es ist wieder total kalkuliert. Du zeigst diese behind the scenes und lässt dazu Good Riddance von Green Day laufen. Also natürlich kriegt man da ein bisschen vielleicht feuchte Augen auch, weil du dich einfach denkst, ach, ist diese Wertschätzung, ist die süß und dass sie die Zeit dafür nutzen. Das ist kalkuliert, aber es funktioniert eben trotzdem und dass man, dass man, was ich eben meinte, dass dieses, diese Uniqueness des Films ist, dass man die Void nutzt als wirklich Müllhalde, wo eben Figuren hingeschmissen wurden und denen dann noch eine Chance gibt. Das fand ich auch als Herz des Films total schön. Können wir jetzt über den Anfang reden? Ja. Ich möchte noch eine Sache sagen. Ja, Schlogge hat jetzt bewiesen, sie ist ein großer Green Day Fan, denn man merkt, Green Day Fans sagen den Titel richtig, nämlich Good Riddance und nicht Time of Your Life. Ja, aber genau, ihr kennt das Lied, aber hier ist, I hope you had the time of your life. Na toll, jetzt muss ich auch noch Gamer sein. Und das war absichtlich, weil es du mir am Anfang verboten hast, zu singen. Nee, das war so schief gesungen, da wird kein Gamer für verlassen. Okay, wisst ihr was, ich hätte eine gute Idee, lass uns mal mit dem Anfang reden. Was haltet ihr davon? Ey, finde ich super. Weil der Anfang ja schon eine Sache nämlich beantwortet, nämlich, wie geht jetzt bitte Deadpool und Wolverine auf den Film Logan Wolverine ein von 2018? Der ja damit endet, dass Wolverine stirbt. Und ich muss auch sagen, ich hatte nicht die Angst, dass sie ihn jetzt wirklich wiederbeleben. Ich war relativ sicher, die werden den in dieser Zeitlinie tot lassen und er bleibt auch tot, oder? Ja, er bleibt tot. Also, Melli, möchtest du es sagen, oder soll ich? Du kannst es sagen. Juhu, also wir haben hier direkt, so fängt der Film an, Deadpool sitzt da und sagt, ja, okay, wie verbinden wir das jetzt? Und es fängt direkt an, dass er ihn ausgräbt, für einen Leichenständerei betreibt, sich dann neben das Alamantium-Skelett setzt, weil er natürlich schon verwest ist, noch so ein bisschen Fleisch am Kiefer hängt da dran, wird dann von Agenten von der TVA überrascht. Und dann kommt dieser Intro-Slow-Motion-Kampf, der die Namen einführt, indem er nämlich sagt, okay, der menschliche Körper hat, ich weiß jetzt nicht mehr, 207 Knochen oder so. Und das Skelett von Logan auseinanderreißt und mit jedem Knochen dann so einen kleinen Kampf-Move vollführt. Habt ihr eigentlich an der Stelle auch die Gossip Girl-Referenz verstanden? Also, ich meine, mich erinnern zu können, dass er eine Ehefrau bei Gossip Girl wohl mal gespielt hat. Das fand ich so witzig. Das war, glaube ich, so ihre Durchbruchsrolle auch. Ja, also das ist ja, ich glaube, der Gag funktioniert eigentlich nur als Frau. Also die Zahl weiß ich jetzt nicht mehr, dass man eben sagt, okay, ich habe 207 Knochen in meinem Körper und beim Sex habe ich eben 208. Weißt du, weil Boner, verstehst du? Boner. Ja, stimmt, okay, Boner. Dann funktioniert auch, wenn er es sagt, okay, dann nehme ich alles zurück, weil im Penis ist ja auch gar kein Knochen. Das ist völliger Quatsch, was ich hier mache. Egal. Darf ich kurz noch sagen, weil ich so der Story-Mensch bin, warum denn Logan tot bleiben darf? Also der Original-Logan, was denn da die Story ist, die ich durchaus irgendwie halbwegs logisch fand? Bitte. Also und zwar geht es darum, dass Deadpool dann von der TVA beordert wird und dem wird gesagt, okay, in jedem Zeitstrahl, das so der Hauptstrahl ist, von dem dann die anderen Paralleluniversen so abgehen, gibt es ein Core-Being oder wie auch immer der Originalbegriff ist. Und wenn dieses Core-Being stirbt, dann stirbt auch der Zeitstrahl, dieser Original, dieser eine Zeitstrahl und mit ihm eben alle, die von ihm so weggehen. Und man sagt Deadpool eben hier, du, nee, man sagt es ihm nicht, da komme ich gleich drauf. Und das Core-Being ist eben Logan gewesen. Und man holt Deadpool eben und sagt hier, guck mal, in so ein paar tausend Jahren wird dann eben unser Zeitstrahl, oder der Zeitstrahl, in dem du halt herkommst, der wird dann eben sterben. Und man hat so den Eindruck, dass man so ganz klassisch, dass das irgendwie verhindert werden soll, aber eben unser, wir haben es ja schon gesagt, unser Bösewicht, der TVA, Paradox heißt der, Mr. Paradox, der will das eben beschleunigen. Der möchte nicht, seine Aufgabe ist nämlich dabei zu sitzen und zugucken, wie dieser, und das zu überwachen, wie dieser Zeitstrahl jetzt stirbt, dieser Zeitstrang. Und da hat er überhaupt keinen Bock drauf. Und er will Deadpool als Mercenary, also, wie heißt es, als Auftragskiller dann irgendwie nutzen. Jetzt komme ich ein bisschen, strauche ich ein bisschen, um ihn zu nutzen, den Zeitstrahl schneller sterben zu lassen. Das findet Deadpool natürlich kacke, weil er nicht will, dass seine Freunde sterben. Und versucht dann eben aus einer anderen Multiversum Wolverine zu finden, einen anderen, der mit ihm mitgeht, um dann sozusagen seinen Zeitstrahl zu retten, wo dann auch direkt Mr. Paradox sagt, hier, das funktioniert natürlich nicht, du kannst ja nicht einfach, wenn das Callbeing tot ist, das aus einem anderen Multiversum ersetzen. Und da war schon durchaus auch ein bisschen Logik drin. Und in dieser Suche nach einem Wolverine finden wir auch ein paar schöne kleine Anspielungen auch auf Dinge, wofür Deadpool ja steht. Ich habe das Gefühl, Deadpool weiß immer genau, was im Internet besprochen wird und was so die Running Gags sind und die wichtigen Fanservice-Sachen. Und da wird ja auch so einiges angespielt. Spoiler, wir sind ja im Spoiler-Bereich zum Beispiel. Es wird auch einen sehr kleinwüchsigen Wolverine geben, weil es ja immer die Hauptkritik an Wolverine ist. Hugh Jackman ist einfach zu schön. Wolverine ist eigentlich ein hässlicher Alter und sympathischer Sack. So, das war jetzt mal eine ganz lange Ausholung. Und jetzt können wir wieder zum Anfang zurückgehen. Wie fandet ihr denn den Anfang? Was hat euch da noch gut gefallen? Ich war wirklich überrascht, dass sie es so ganz klar machen, dass der wirklich tot ist, dieser Wolverine, den wir da kennen. Also wie gesagt, diese Szene, wenn er dann einfach da sitzt mit dem... Hast du nicht gerade gesagt, dir ist klar, dass der nicht wieder erweckt wird? Ja, aber wie drastisch die das zeigen. Also, dass sie ganz klar zeigen, pass auf, hier ist das Skelett. Es gibt ja wirklich diese Szene, da sitzt er neben diesem Skelett und da sind noch ein paar Hautfetzen da. Aber dir ist klar, der bleibt tot. Es ist jetzt nicht so, dass sie einfach sagen, nee, er bleibt tot und gehen dann woanders hin. Die zeigen ja auch wirklich, dass er tot ist. Das hat mich durchaus überrascht, ist das falsche Wort, aber ich habe damit nicht gerechnet. Ich fand das aber gut gelöst. Ja, das war es definitiv. Ich habe eine Frage. Diese eine Szene bei der TVA, wo man quasi so, es gibt da so einen ganz kurzen Augenblick, wo man sieht, dass Deadpool quasi von Thor gehalten wird und ich glaube, am Sterben ist. Ja. Sollte das irgendeine Anspielung, weil er meinte dann ja, dieser eine Dude meinte dann ja so, ja, das ist für, das kommt noch nicht vor, so. Also, das ist noch nicht jetzt. Ist das vielleicht irgendwie eine Anspielung darauf, dass es in einem zukünftigen Avengers-Projekt geben, also sowas passieren soll? Ich weiß es nicht, weil zum einen ist Chris Hemsworth immer noch als Thor mit dabei, ich weiß es gerade gar nicht. Und zum anderen, ey, Deadpool macht halt Spaß und er gehört jetzt offiziell zum MCU, aber ich glaube nicht, dass es dem MCU so gut tut, wenn da wirklich jetzt jederzeit ein Deadpool rumlaufen wird, weil er ja durch seine Art und Weise auch eine gewisse Dramatik einfach nicht zulässt. Ja. Also, ich habe die ganze Zeit versucht herauszufinden, was die genau jetzt mit dieser Szene so, worauf die anwollten. Ich hatte auch, außer jetzt ein Thor-Joke. Ja, es ist eine gute Frage, weil ich hatte auch das Gefühl, dafür wird, weil dafür erwähnt, Deadpool zu häufig Thor. Aber ich habe es auch nicht rausgefunden, vielleicht sind wir da einfach nicht so sehr in der Materie drin, vielleicht, dass jetzt die ganz großen MCU-Experten werden es vermutlich dann herausfinden. Oder aber es ist irgendwas, was sie einfach nur zum Spaß wirklich reingebracht haben. Es hat keine Bewandtnis. Aber da habe ich mich wirklich das erste Mal gefragt, okay, wenn es wirklich Deadpool im MCU ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt in den nächsten MCU-Filmen, die kommen, was kommt jetzt, zum Beispiel das beim Blade-Reboot oder bei Captain America Brave New World mit Anthony Mackie als neuer Captain America, ich kann mir da wirklich nicht vorstellen, dass da plötzlich ein Deadpool auf der Matte steht. Das würde nicht funktionieren, glaube ich. Nee, nee, das glaube ich auch nicht, wie ihr schon sagt. Also ich versuche gerade an das DCU zu denken und da haben wir ja Harley Quinn, die ist auch so eine vierte Mauer-Durchbrecherin, deswegen ist sie ja auch nach Batman und Superman auch die drittbeliebteste. Und bei der funktioniert es nur, weil du dann eben jetzt hier wie in, wie heißt der, heißt der Menage à trois? Nee, der mit der Joker- und Quinn-Film, weil du dann eben unterschiedliche Schauspieler in die Rollen setzt. Genau. Menage à trois ist das andere. Okay, Entschuldigung. Aber das kannst du hier nicht, weil Deadpool so prominent mit Ryan Reynolds beseelt und besetzt ist. Und deswegen können die diesen, wenn sie diesen Zwischenweg irgendwann gehen werden und die mit jemand anderem besetzen, das funktioniert dann einfach nicht. Aber mal eine andere Frage bei, helft mir auf die Sprünge, ich glaube es war bei The Marvels, da war es doch in der Post-Credit-Scene so, dass sie da erstmals im MCU die X-Men wirklich gezeigt haben oder eingeführt haben. Und das ist ja irgendwie dann doch relativ untergegangen. Glaubt ihr denn, dass jetzt Deadpool und Wolverine ein guter Startschuss ist, um die X-Men wirklich ins MCU einzuführen? Oder habt ihr, so wie ich, das Gefühl, dass man Deadpool 3 wirklich mehr so als eine Art Sonderstellung einräumen sollte? Dass man wirklich nicht sagen sollte, dass der wirklich richtig zum MCU geht, sondern es ist einfach so, so ein kleiner Spaß, den man sich alle drei, vier Jahre mal erlaubt. Ich hoffe, dass sie es so als kleinen Spaß sehen, weil, also ich bin zu wenig in der X-Men-Materie drin. Ich stehe hier einfach als Außenseite, der sagt, wenn da nicht ein cooles Storywriting dahinter ist, dann ist mir das einfach zu viel. Dann werden da noch Fantastic Four reinkommen und dann bringst du die alle zusammen und dann, ich bin einfach völlig übersättigt von allem. Und ich hatte so das Gefühl, auch mit eben diesem, mit dem Abspann, wo du diese ganzen Hintergrundszenen siehst, mit eben diesem Lied dazu, das wirkte wie so eine Honorierung und so ein Dankesagen und auch wie so ein kleiner Abschied irgendwie, wie so ein, wir wissen nicht, ob da jetzt noch mehr draus wird, aber hier möchten wir einfach eine Wertschätzung an die X-Men-Filme raushauen. Was ich halt auch immer wichtig finde, ich kann verstehen, wenn man einen Film nicht mag, das geht mir nämlich oft so, ich glaub das auch nicht, aber man darf halt nie vergessen, dass da eben auch Menschen dran beteiligt sind und niemand hat die Absicht, einen schlechten Film zu machen. Und das kommt hier auch nochmal raus, finde ich, das sollte gesagt sein. Worüber ich noch gerne reden möchte, ist der beste Cameo, den ich ja schon erwähnt habe, nämlich Chris Evans, weil vielleicht es jetzt Leute gibt, die das jetzt hören und jetzt wissen wollen, aber hey Stu, oder vielleicht auch Melanie und Schlogger, warum fandet ihr diesen Cameo so großartig? Ich hab nämlich was vergessen. Pass auf, als Chris Evans da stand, in dieser Wüste, die sehr, schon so ein bisschen auch an das Wasteland aus Furiosa und Fury Road erinnert hat, nur mit einer anderen Farbgebung, egal, als er dann da stand, dachte ich, okay, Chris Evans, der hat ja schon bei, aufgepasst, Free Guy, ein Cameo, deswegen war ich da noch nicht so überrascht. Was mich aber überrascht hat, ist, dass Deadpool glaubt, dass er Captain America ist und ich hab das auch geglaubt, weil ich komplett vergessen habe, dass ja Chris Evans, Anfang der 2000er, ich glaube es war 2004, 2005, Johnny Blaze aka die Flamme gespielt hat in den ersten beiden Fantastic Four Filmen von Fox und Konstantin Filmen, wo ja auch Jessica Alba noch mit dabei war und als er dann zum Angriff übergeht, als dann Böse halt ankommen und sie wollen dann kämpfen, dann glaubt Deadpool genau wie ich, dass Chris Evans jetzt sagt, Avengers, assembled, aber nein, er sagt, flamme an und man merkt erst dann, ach fuck, das ist ja Johnny Blaze aus dem Fantastic Four und ich fand das toll, es hat mich überrascht, es hat mich, es hat mich amüsiert, Chris Evans, der hat so auch eine gewisse Art von, von Selbstironie da reingebracht, für mich ganz klar der beste, Cameo und ich muss auch sagen, da war ich für mich die lustigste Szene, war es bei euch ähnlich? Ja und da kommt diese Relevanz mit, dass du wissen musst, das ist der gleiche Schauspieler, nur daneben funktioniert dieser Gag und jetzt ruhig so drüber nachdenken, wie cool wäre es gewesen, wenn wir in dieser Deadpool-Armee, die dann kommt, auch noch einen Green Lantern hätten langlaufen sehen, also einfach ohne Sinn für den Witz. Ganz ehrlich, in dieser einen Szene, wo halt Blade und Gambit und Elektra und Laura, also dieses X-23-Mädel da aus Logan auftaucht, dachte ich mir derzeit, oh und jetzt kommt noch Catwoman, bis mir dann klar wurde, Catwoman, genau wie Green Lantern, sind DC, deswegen wird es dazu nicht kommen, aber es hätte gepasst. Ach ja, klar, natürlich, ach schade, okay, aber das, vielleicht wird das dann das Next Level, also wir haben jetzt ja hier Fox, Disney und was weiß ich, was jetzt zusammenkommt und das nächste Level wird dann das irgendwann Marvel und Disney, aber dann wird die Welt implodieren. Aber klar, natürlich, ich depp, Entschuldigung, ja. Aber du, das ging mir genauso, wirklich, ich saß da und dachte, ach warum bringen sie jetzt nicht Catwoman und wirklich, irgendwann kam es mir so von hinten ins Geschoss, Heureka, das geht ja gar nicht, weil es ein anderer Comicverlag ist. Hattet ihr denn jetzt irgendwie Lust danach, nochmal die Fantastic vorzusehen? Du bist ja da, du kennst die wahrscheinlich gar nicht, oder? Ich wusste zum Glück wenigstens, dass Chris Evans damals den Ding gespielt hat, aber ich hab die selber nie gesehen, aber das hat ja komplett für den Joke gereicht, zu wissen, dass er diese Rolle gemacht hat. Ich, ähm, ich würde sie, also ich hab auf jeden Fall Interesse, Blade zu schauen jetzt. Ähm, ich würde die eigentlich auch gerne irgendwie einfach gucken, um sie geguckt zu haben, so. Ja, ich hab's dir heute schon gesagt, also die ersten beiden Teile Blade sind wirklich sehr gut, auch heute noch. ist halt nur sehr amüsant, weil die sind halt wirklich auch brutal, die sind, die haben ihre 11K18 zu Recht, ich glaube auch, dass sie beide mal eine Zeit lang indiziert waren. Deswegen, wenn du es halt vergleichst mit dem Blade, den du jetzt hier siehst, auch von Wesley Snipes gespielt, und dann den Blade aus den ersten beiden Teilen, es ist schon ein kleiner Unterschied. Trotz allem, äh, finde ich es schön, dass sie ihn auftreten lassen. Äh, gerade auch eben, weil der Untergang, ich nenne es mal ganz, so ganz unverschämt so, der Untergang von Blade ja auch durchaus mit verschuldet war von Wesley Snipes selbst, weil der sich wohl am Set aufgeführt hat, wie das letzte Arschloch. Aber gut. Aber hier zu Fantastic Four, da musste ich immer an, ich hab heute schon einmal den Doctor Strange Film ge, äh, gehasst, gebasht, niedergemacht, und jetzt muss ich's nochmal machen, das ist doch der, in dem wir John Krasinski als, ähm, Reed Richards von Fantastic Four sehen, oder? Und dann gehen die ja so scheiße mit dem um, da war ich so, also das hat mich, und ich bin ja nicht mal so ein krasser Comic-Fan, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den spoilern soll, aber der wird einfach so respektlos damit umgegangen, dass ich das Gefühl habe, da, ich, da kommt gar nichts mehr. Also Fantastic Four haben die, haben die schon in die Void geschmissen. Und meine Interessante ist ja, dass sie, ich glaub nächstes Jahr kommt ihr neu versucht, die Fantastic Four auf die Leimann zu bringen, diesmal mit Pedro Pascal, äh, als Mr. Fantastic und noch ein paar anderen Darstellern, ich hab sie jetzt nicht im Kopf, ähm, aber das Interessante ist ja, dass ja in den 90ern ein Fantastic Four-Film gemacht wurde, aber nur um Lizenz zu behalten, also die, die Rechte, das, das zu nutzen. Also so wie bei Spider-Man. Äh, genau, nur halt eben, dass dieser, also die kann man sich glaub ich auch im Internet angucken, diese auf YouTube, den, den originalen, nenn ich's mal, Fantastic Four-Film und es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die heißt Doom, wo es eben darum geht, was da passiert, das ist total interessant, wirklich, ähm, und dann gab's halt eben 2004 und 2006 oder 2007 halt diese beiden, äh, Hollywood-Produktionen und die waren nicht so erfolgreich und die waren auch nicht so gut, muss man ganz klar sagen und dann gab's ja noch diesen Fan-Four-Stick oder Fantastic Four äh, von Josh Schwenk und Michael B. Jordan und Kate Mara und Miles Teller, wo ich sagen muss, der ist auch nicht so gut, aber ich find den nicht uninteressant ähm, und jetzt ist jetzt der neue Versuch und ich finde mit Deadpool Wolverine haben sie's ganz gut geschafft, den Leuten wieder so ins Bewusstsein zu bringen, es gibt ja noch die Fantastic Four, nicht, nicht, also es ist nicht so, dass sie jetzt die alle drei Minuten die Fantastic Four aufs Brot schmieren, aber ich zumindest nach dem Film dachte mir, ach ja, Fantastic Four, hätt ich aber wieder Bock drauf. Ja, also im Abspann wird ihm auch, wird denen auch gehuldigt auf jeden Fall und ich war kurz irritiert, weil ich mag Miles Teller so gerne und ich hatte den gar nicht auf dem Schirm und war dann so, hä, wo hat der noch mal mitgespielt, in welchem Fantastic Four Film, aber du hast es uns ja gerade erläutert. Genau, so bin ich. Ansonsten, ja, es gibt auch hier und da so ein paar Kleinigkeiten an Easter Eggs und Cameos, aber wenn wir die jetzt alle durchgehen würden, zum einen habe ich die Hälfte vergessen, weil ich alt bin und es spät ist und zum anderen, ja, wie gesagt, die Melanie muss morgen zum Konzert, ne, das tut mir leid, die Schlaggau und ich, wir würden es jetzt gerne wirklich durchexerzieren, aber die Melanie lässt uns nicht, deswegen würde ich sagen, Ja, stark, diese Swifties. Ja, wirklich, also es tut mir leid, liebe Swifties, keine Angst, wir nehmen euch eure Melanie nicht weg, was ich mir aber noch erlaube, ist, zu fragen, habt ihr noch irgendwas, was ihr jetzt loswerden wollt, was zu spoilern ist über oder zu Deadpool und Wolverine? Nein, ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe eine Sache nicht verstanden, warum ist eigentlich die eine von Logan, auf die sind wir jetzt gar nicht eingegangen, warum ist die eigentlich im Volt gewesen? Das ist eine sehr gute Frage, du meinst diese Laura, dieses X-23, dieses Ding da, dieses Ding da, Quatsch, diese junge Frau, dieses Ding da, ja, ich weiß es nicht und ich glaube, dass es bestimmt eine Erklärung dafür gibt, aber Ja, ich habe eine, ich habe eine und zwar hatte ich das so verstanden, dass wir da Figuren sehen, die kein Ende bekommen haben und dadurch, dass das zwar ein guter Film war, Logan und auch sie beliebt war, aber es ja nichts mit ihr fortgesetzt wurde, also eine Figur, die einfach nicht fortgesetzt wurde und deswegen habe ich sie da so gesehen, also nicht, dass in der Volt alle landen, die schlecht waren, sondern eben die, die irgendwie fallen gelassen worden sind. Aber eine Frage fällt mir tatsächlich ein und zwar Vanessa und Wade sind doch in Teil 2 noch zusammen, oder? Ich glaube, sie stirbt ja im zweiten Teil und dann reißt sie ja zurück, um sie zu retten und das habe ich auch nicht so richtig begriffen, weil in meiner Erinnerung rettet er sie und sie sind wieder zusammen, aber es wirkt jetzt in dem Teil, also in dem dritten Teil jetzt auch mehr so, dass sie sich mal so, dass sie halt Kumpels sind, aber nichts mehr. Das wurde eigentlich in einer Szene erklärt, da saßen sie am Tisch. Ja, dass sie sich trennen, oder? Genau, und da, genau, da meinte sie ja, also das war diese Szene, wo auch diese Cassandra Ranova so im Kopf von ihm war. Weißt du noch, Stu? Nein. Also da war sie ja im Kopf und dann hat erstmal die Freundin was gesagt, dann hat sie was gesagt und da meinte er so, das hat sie ja nie so gesagt. Genau, also wir haben die Originalszene gesehen, dann die Trennung und dann wird es ja überlagert von der anderen. Aber das hat mir, da war ich kurz verwirrt, da hätte mir so, weil es ja so ein wichtiger Plotpoint, weil das ist ja quasi die Hauptmotivation neben ich möchte wichtig sein von Deadpool und da war ich so ein bisschen irritiert, weil es wirkte, als müsste ich wissen, dass die zwei schon länger getrennt sind. Aber vielleicht ist es deswegen, also so wahnsinnig wichtig ist es nicht. Aber es war schon ein bisschen unelegant da eingefügt, muss man sagen. Weil man hat es am Anfang zu Beginn wirklich bis dieser Teil kam irgendwie gar nicht verstanden. Ich war auch verwirrt. Ja, gut. Gut. Okay, das wollte ich noch schnell sagen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, Trennung, gutes Wort, denn wir werden uns jetzt hier auch trennen. Denn, seien wir ehrlich, Melanie und Schlogger, die klammern schon ziemlich und ich bin ein Mann der Freiheit, ich brauche das einfach. Es war aber trotzdem sehr schön mit euch über Deadpool und Wolverine zu reden, der, das haben wir noch gar nicht gesagt, seit dem, oder ab dem 24. Juli, ein Mittwoch, in den deutschen Kinos läuft und vermutlich sehr erfolgreich wird. Das habe ich hinten gesagt. Ich nehme auch mal an, dass der, glaubt ihr, dass der dieses Jahr noch auf Disney Plus erscheint? Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie ihn an Weihnachten rum, weil es gibt doch nichts Besseres an Weihnachten als Deadpool, Wolverine zu gucken mit seiner Familie, oder? Ja, der kommt an Weihnachten. Okay. Hier beim Tele-Stammtisch habt ihr es zuerst gehört. Okay. Danke, dass ihr so tapfer wart und auch diesen Spoiler-Part gehört habt. Es war mir eine große Freude. Denkt dran, Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt und auf unserer Webseite www.tele-Stammtisch.de oder bei Discord www.tele-Stammtisch.de Discord, nee, Slash Dis, geht ins Internet. Da findet ihr uns einfach. Ihr werdet uns finden. Es tut mir leid, es ist spät. Ich bin ins Bett, ich bin müde, ich bin K.O. Und sage deswegen einfach... Guck, da hört ihr es. Du willst nämlich eigentlich gehen und schiebt es auf uns ab. Die Wahrheit ist, ich habe sehr exklusive Plätze beim Swift-Konzert in Hamburg, weil ich ja ein Swifty bin. Beim Swift-Konzert. Ich wünschte, meine Plätze wären exklusiv. Die sind so scheiße. Ach was. Oh nein, aber die Atmosphäre wird toll sein. Ja. Genau. Von Deadpool zu Taylor Swift ist es nicht schön. Also. Du, mach deine Abmoderation. Entschuldigung. Mach nichts. Ich sage einfach nur Tschüss. Ich sage, ich bin echt so, ich tut mir wirklich leid. Es war ein langer Tag. Ich bin müde. Ich bin nicht... Man muss waschen. Tschüss. Dann sagt die Melanie Tschüss und der Schlogger gibt das letzte Wort und macht bitte noch ein bisschen Werbung für eure Sachen. Tschüss. Eigentlich hast du gerade schon Werbung gemacht, deshalb verzichte ich an der Stelle und sage auch Tschau. Ja, wir haben jetzt schon ewig lang geredet, deswegen sage ich, mache ich es in Kurzversion. Schlogger.de, Schloggershop.de, das Schlogger überall, wo es auch den Tele-Stammtisch gibt und wo es Likes gibt und wir hören uns bei der nächsten Besprechung. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank.